Karl Marx ist kein Philosoph wie viele andere, obwohl er jetzt 200 Jahre alt wird, steht sein Name bis heute für eine politische Richtung. Man feiert ihn oder man bekämpft ihn, man betrachtet ihn als Vordenker eines politischen Verbrechens oder als beispiellosen Visionär und Menschenfreund. Ausgangspunkt unserer heutigen Diskussion soll ein modernisiertes Verständnis des Marxismus sein, das in den 60er Jahren in Frankreich von Louis Althusser und Étienne Balibar entwickelt wurde. Deshalb haben wir die Sendung unter den vielleicht ein wenig verblüffenden Titel Marx aus Frankreich gestellt. Ich möchte Ihnen die Teilnehmer der Diskussion kurz vorstellen. Étienne Balibar ist einer der bekanntesten Philosophen Frankreichs. Er war an der École Normale Superieur Meisterschüler von Louis Althusser. Das von ihm mitherausgegebene Buch, das Kapital Lesen und von anderen, gemeinsam mit dem Buch für Marx von Althusser, enorme Bedeutung für die Studentenbewegung von 1968. Von den 60er Jahren an war Étienne Balibar Mitglied der Kommunistischen Partei Frankreichs, bis er in den 80er Jahren aus der Partei ausgeschlossen wurde, wegen seiner Kritik an der Einwanderungspolitik. Ein Thema, mit dem er seiner Zeit um 30 Jahre voraus war und das heute ganz Europa beschäftigt. Étienne Balibar lehrte an der Universität Paris-Nanterre und an der University of California Wein. Neben Büchern über Marx und Marxismus hat er viel geschrieben über Europapolitik und unter dem Titel Gewalt und Zivilität über die Grenzen der politischen Philosophie. Herzlich willkommen, Étienne Balibar. Matthias Greffrath ist einer der bekanntesten deutschen Publizisten seiner Generation. Er wurde 1945 geboren, studierte während der stürmischen Jahre der Studentenbewegung hier in Berlin Soziologie und Psychologie. Er arbeitete als Redakteur für den Rundfunk und für die Wochenzeitungen Die Zeit und war Chefredakteur der Wochenpost in Berlin. Neben Marx ist Michel de Montagne einer der wichtigsten Autoren für Greffrath. Er hat sich mehrfach mit dessen Essays eingehend beschäftigt. Als Journalist widmete er sich immer wieder der Geschichte der Aufklärung und der Zukunft der Arbeit. Im vergangenen Jahr, als der erste Band des Kapitals von Marx 150 Jahre alt wurde, hat Greffrath ein Buch über diesen Band herausgegeben und über die politische Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Matthias Greffrath, auch Ihnen ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Last but not least begrüße ich Rahel Jägi, die heute zu den wichtigsten deutschen Philosophinnen der Gegenwart gehört. Ich habe in dieser Vorstellungsrunde bereits zweimal kurz die Studentenbewegung von 1968 gestreift. Da ist es vielleicht gut zu erwähnen, dass Rahel Jägi im Mai 1968 erst ein Jahr alt war, dass sie also Marx von einem biografisch gründlich anderen Standort aus sich nähert. Sie studierte in Berlin Philosophie, war wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität in Frankfurt und am Institut für Sozialforschung. Seit 2009 ist sie Professorin für Sozialphilosophie hier an der Humboldt-Universität. Rahel Jägi hat einem der zentralen marxischen Begriffe der Entfremdung und seiner Aktualität eine wichtige Studie gewidmet, die starke Resonanz gefunden hat. Sie war eine der Hauptorganisatorinnen der internationalen Konferenz Rethinking Marx hier in Berlin, die tausende von Teilnehmern und Teilnehmerinnen angezogen hat. Wenn sie einem anderen Buch, den Titel nach Marx gegeben hat, darf man das wohl auch als Signal verstehen, einen Schritt weiter in die Zukunft gehen zu wollen. Rahel Jägi gilt heute als eine der profiliertesten Vertreterinnen der von Adorno und Horkheimer begründeten kritischen Theorie in Deutschland. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie an der Diskussion teilnehmen. Etienne Balibar als Althusser und Sie ... Überleber. Balibar. Überlebender. Balibar, gut. Etienne Balibar. Nein, nein, nein. Ich wollte nur sagen, ich bin ein Überlebender. Ein Überlebender, gut. In dieser Versammlung. Als Sie in den 60er Jahren mit Althusser gemeinsam begonnen haben, ein modernes, ein neues Verständnis von Marx herauszuarbeiten und interessant zu machen und Marx damit auch wieder anschlussfähig zu machen für die westlichen Intellektuellen. Zu diesem Zeitpunkt war Marx eigentlich doch, wie soll man sagen, der Marxismus eine Art Rechtfertigungsideologie für die Länder des Ostblocks, in dem auch politische Repressionen gerechtfertigt wurden. Wieso sind Sie auf Marx gekommen? Wieso hat Sie das interessiert, obwohl es in dieser Weise politisch besetzt war zu dieser Zeit? So, das wird eine sehr, sehr lange Geschichte sein. Ich nehme nur eine Minute, um zu sagen, dass ich erstens ganz, ganz glücklich bin, hier mit euch allen in Berlin zu sein und über Marx zu diskutieren und mit Matthias, mit Ihnen, Herr Wittstock, mit Frau Jägi, die ich normalerweise einfach Rahel nenne, aber ich habe verstanden, dass in solchen Gelegenheiten man ein bisschen anständiger sein muss. Dann werde ich mich bemühen, Sie nicht, du. So, und ich habe auch einige Schwierigkeiten, weil Sie, du Rahel oder Sie, Frau Jägi, Sie sprechen sehr schnell und meine alten französischen Ohren, folgen nicht immer, das sage ich noch. Okay, kommen wir zurück zu dem Punkt. Also, der Titel von unserem Gespräch heißt, verstehen Sie, was ich sage? Heißt Marx aus Frankreich. Und ich muss sagen, dass im ersten Moment habe ich mir gedacht, das würde wahrscheinlich so etwas wie, welche Beziehungen hatte Marx mit Frankreich gehabt und inwiefern ist seine ganz enge Beziehung und seine Kenntnis von der französischen Gesellschaft auf sein Denken Einfluss gehabt. Ob Marx, ich will nicht sagen, dass er kein Deutscher war, obwohl es kein Deutschland gab zur Zeit. Er ist auch einer natürlich der wichtigen Figur der 48er Revolution gewesen und das hatte eine gewisse Idee Deutschlands oder eines demokratischen Deutschlands. Und Marx hat sein erstes Buch, Elend der Philosophie, französisch geschrieben. Genau, das wollte ich sagen. Er ist halb französisch. Oder Viertel. Er sprach absolut fließend. Und das Buch Elend der Philosophie ist wunderschön geschrieben, auch französisch. Auch wenn es ein bisschen merkwürdige Sätze gibt, aber das ist stilistisch, desto schöner. Also, hat das über uns irgendeinen Einfluss gehabt? Vielleicht. Aber natürlich, Ihre Frage geht nicht oder läuft nicht darüber. Sie hat mit den 60er Jahren zu tun. Meine Antwort, meine einfache Antwort, zu, zu einfach wahrscheinlich, die ich immer wieder in den letzten Tagen oder in der letzten Zeit, wenn wir über solche Fragen sprechen, wiederhole, ist, ich entnehme eine berühmte oder bekannte Formel von meinem Freundin, er war auch ein Schüler Althusserz, Regis de Bray heraus. Revolution dans la Révolution. Revolution in der Revolution. Das ist natürlich historisch ganz bekannt worden, weil Regis de Bray, der nach Kuba gefahren war, der hatte mit Fidel Castro diskutiert und sie haben mehr oder weniger gemeinschaftlich diese Seiten gedacht oder sogar geschrieben. Ich habe neulich gefunden, dass er in der Tat diese Formel nicht absolut erfunden hatte. Das findet man auch schon bei Bourdieu einigen Jahren früher. Das hat mit der Frage von dem Krieg in Algerien zu tun. Also die Idee ist die folgende. Natürlich war der Marxismus zu dieser Zeit die offizielle Doktrin, die rechtfertigende, wie Sie gesagt haben, Ideologie des sozialistischen Lagers. Und als Konsequenz natürlich auch von den kommunistischen Parteien im Westen. Ich als junger Mitglied der französischen Partei, Althusserz, als langjähriger Mitglied der kommunistischen Partei, er stellte sich nicht gegen die kommunistischen Parteien und den Marxismus-Leninismus. Ganz anders von anderen, sagen wir, Kritiken-Marxisten, die zur selben Zeit ihre eigene Version eingeführt haben. Das ist ein interessanter Punkt. Aber sicher hatten wir die Idee, vielleicht die Illusion, dass wir uns in einer Epoche fanden, in der die Frage der Revolution nicht länger unter dieser Orthodoxie, diesem Kalten Krieg und so weiter begrabt war. Also sie ahnten. Und neulich aktuell geworden war. Und dazu wirkten natürlich die enormen Ereignisse aus der sogenannten Dritten Welt, die kubanische Revolution, einige Ideen, die aus China gekommen waren, die wir später als Propaganda erkannt haben. Aber das war nicht, wie wir das alles verstanden. Und auch in unseren westlichen Gesellschaften in Frankreich, in Deutschland, in Italien, Italien war sehr wichtig für uns allen, hatten wir den Eindruck und wir haben gedacht, und das war nicht ganz falsch, das ist der wichtige Punkt. Dass ein Moment, noch nicht 1968 natürlich, dass ein Moment von scharfen Konflikten und politischen Erfindungen auf dem Tisch lag. Es war schon eine gewisse soziale Unruhe. Und Sartre, natürlich, wir waren nicht mit ihm in allen Fragen, aber wie Sie wissen, natürlich, Sartre, der berühmten, vor la préface, vor Wort, für Franz Fanon in 1961 geschrieben hatte, der in Kuba, China und so weiter gereist hatte, hatte diesen Satz geschrieben, das ist das Anti-Fukuyama, wenn Sie mögen, Le Marxisme est l'horizon philosophique indépassable de notre temps. Marxismus ist der unübersteigbare Horizont, philosophischen Horizont unserer Zeit. Also diese beiden Sachen zusammen, den Eindruck, dass die Geschichte in eine neue revolutionäre Phase mehr oder weniger eingegangen war und die Idee, dass der Marxismus wieder anfangen konnte, das hat unser Werk nicht produziert, sondern befördert. Ja, gefördert. Vielen Dank. Bitte sehr. Matthias Greffhardt, Sie sind damals Student der Soziologie hier in Berlin gewesen. Wie stark war der Einfluss dieser neuen Interpretation von Marx über Althusser und Baliba für Sie bei Ihrem Studium hier in Berlin in diesen stürmischen Jahren, Monaten? Das kam erst später. Es gab ja in Berlin, stärker noch als in Frankfurt, seit Anfang der 60er-Jahre so ein kleines Nest von Marx-Exegeten. Ich glaube, Hans-Joachim Dieber war bei den Philosophen der Herausgeber der ersten westdeutschen vierwendigen Marx-Ausgabe. Dann gab es Kapitalkurse relativ früh an der Freien Universität seit Anfang der 60er-Jahre. Nun bin ich 67 dahin gekommen, hatte von nichts eine Ahnung. Für mich war sozusagen das Pfingsterlebnis Herbert Marcuse. Der kam und sagte, der große Widerspruch der Epoche ist, dass eigentlich alle Mittel da sind, dass alle Menschen friedlich, glücklich und nicht länger arm leben müssen. Warum ist es nicht so? Und so kam man dann, so kam ich überhaupt erst zur Soziologie. Ich habe ursprünglich Jura studiert, hätte ich vielleicht weitermachen sollen. Und dann gab es relativ schnell diese, die Universität lag in Trümmern 67. Und dann nahm man das in die Hand. Und da gab es zwei Sachen, die sehr wichtig waren für uns. Das eine waren Kapitalkurse verschiedenster Art. Da gab es dann natürlich, das hat ja eine gute Tradition in der sozialistischen Bewegung, gab es natürlich sofort 26 Richtungen so ungefähr. Am Osi eine, bei den Soziologen eine, bei der Wieso eine, bei den Philosophen eine, die sich bitterst bekämpften um die Auslegung des Bandes 23 und anderer. Und das Zweite war Freud. Das haben wir also in Heimarbeit sozusagen sehr schnell gelesen. Damals konnte man noch uns zumuten. Und wir haben uns selbst zugemutet, dass wir nicht nur drei Kapitel Marx von einer Woche auf die andere gelesen haben, sondern auch die Akkumulation des Kapitals von Rosa Luxemburg gleich noch hinterher geschoben. Es war eine, sozusagen die große Erleuchtung war Marcuse. Der hat mich angestochen. Dann kam die Frankfurter Schule. Als ich die ersten Seiten der Dialektik der Aufklärung durch Zufall las, weil sie mir jemand in die Hand gegeben hat, dachte ich, jetzt geht die Sonne auf. Da machte sich eine Tür auf, auf eine völlig neue Weltsicht. Und auf einmal konnte ich mir Dinge erklären, die ich mir vorher nicht erklären konnte. Und dann ging es relativ schnell zu Marx. Und auf Ihre Frage zu antworten, also Lirle Capital kam erst ein paar Jahre später, bei mir jedenfalls, und hat eigentlich bestärkt etwas, was zumindest in dem Kreis von Marx-Lesern, dem ich steckte damals ohnehin schon versucht wurde, nämlich das Verhältnis von Marx zur Geschichtsphilosophie zu klären, einerseits, und andererseits diese Verschwisterung oder diese Amalgamisierung, Verderbung von Marxischer Theorie durch Dinge, die dann historischer, Histomat und Diamat hießen. Und der Histomat war eben nicht eine Geschichtswissenschaft, wie ihr dann vorgeschlagen und ausgebreitet habt, sondern das war sozusagen dieser dialektische Klapparatismus, das irgendwie mit Naturnotwendigkeit der Sozialismus ausbrechen wird. Und der Diamat war der Versuch sozusagen, das Marxische Programm, was natürlich bis heute nicht eingelöst ist, in der deutschen Ideologie, gibt es den schönen Satz, wir kennen nur eine Wissenschaft, das ist die Wissenschaft von der Geschichte. Sie ist aufzuteilen in die Geschichte der Natur und die Geschichte der Menschen. Und der Diamat war sozusagen eine perverse Form dieses Programms einer Einheitswissenschaft im besten Gefolge des 19. Jahrhunderts zu machen. Das haben wir versucht, sozusagen durch intensive Marx-Lektüre zu destruieren und das Wissenschaftliche am Marx zu begreifen. Dann gab es natürlich sehr viele Leute, die haben immer noch geglaubt, dass der Marx was mit dem zwangsweise sich einstellenden Weg zum Sozialismus zu tun hat. Ich glaube, ich tue der Wahrheit keine Torte an, wenn ich sage, dazu habe ich eigentlich nicht gehört. Gut. Vielen Dank. Wir möchten hier bei der Diskussion nicht nur über Marx reden, sondern Marx auch selbst zu Wort kommen lassen. Deshalb wird Christian Brückner Zitate aus dem Werk von Marx lesen, die Frieder Otto Wolf ausgewählt hat und damit die Sendung begleiten. Aus dem Aufsatz zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen Theorie, also für ihre praktische Energie, ist ihr Ausgang von der entschiedenen positiven Aufhebung der Religion. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei. Also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Etienne Balibar. Würde er reagieren? Ja, ich würde Sie ganz gerne fragen, das hat er geschrieben, als er ganz jung war. Da war er Mitte 20. Und das ist, nein, nicht Sie, sondern Karl Marx. Karl Marx. Und das ist so ein unverkennbar, utopisches und zutiefst sympathisches Programm, das er dort entwirft. Ganz frech gefragt, hat der Marxismus dazu beigetragen, dieses Programm zu realisieren? In gewissem Sinne ja. Ja, es ist natürlich sehr beeindruckend, dass Marx so anfängt. Die Kritik der Religion ist jetzt zu Ende. Und damit meint er natürlich unmittelbar Feuerbach, aber hinter Feuerbach eine ganze Tradition, die aus der Aufklärung über die sogenannte deutsche klassische Philosophie läuft. Und dann ist die Frage, inwiefern ist diese Illusion, ich nenne sie so, die Marx gehabt hat, dass die Kritik der Religion zu Ende war, dass das Problem Religion völlig verstanden und herum schreit war, hat das über, nicht nur ihn dazu geführt, dass er diesen Aspekt, sagen wir, der geschichtlichen Prozesse nun der Politik beiseite gelassen hat und als Konsequenz auch natürlich, dass, sagen wir, das Theologische oder das Theologisch-Politische so stark und gewaltsam in den Marxismus zurückgekommen ist, in der Sowjetunion und andere Plätze. Und inwiefern ist das etwas so wie ein Blindspot, blinder Fleck, ja, in Marxist Theorie immer geblieben, der eben seine Kritik der politischen Ökonomie in eine gewisse Richtung getriebt hat. Also natürlich können Sie sagen, die große Ausnahme dazu, und das ist auch eine Art Wiederkehr des Unterdrückten, ist die großartige Theorie des wahren Fetischismus, das Althusser überhaupt nicht kennen wollte. Und dagegen natürlich wird Frau Jägi erklären, dass es im Marxismus ganz zentral ist und ich stimme dazu natürlich. Und das ist natürlich ein fantastischer, ein extraordinärer und außergewöhnlicher Moment der Philosophie im Allgemeinen, nicht nur der marxistischen Philosophie, sondern der Philosophie im Allgemeinen, wo ein Begriff des Theologischen auch zur Kritik der politischen Ökonomie dient. Ich wollte noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem utopischen Moment, das ja sicherlich auch in diesem Zitat steckt. Ich bin mir sicher, dass es utopisch ist. Ich habe einen Text geschrieben und ich bleibe damit, wo ich sage, dieser Text von 1844 ist typisch messianisch. Messianisch. Das ist Messianismus. Das ist ein Erlösungsmachosier. Das ist das erste Mal, dass Marx den Wort Proletariat, den er natürlich nicht gefunden hatte, in einen philosophischen, politischen Text einbringt. Und wie Sie wissen, natürlich ist der Proletariat in diesem Text als Erlöser der Menschheit vorgesehen. Aber jetzt, um an diesem Punkt, Rahel Jägi, mal zu fragen, an Sie als Sozialphilosophin. Ist denn überhaupt ein gesellschaftliches Verhältnis denkbar, das diesen kategorischen Imperativ von Marx hundertprozentig umsetzt, in dem es keine erniedrigten, keine geknechteten Menschen gibt? Ist es nicht doch so, dass je genauer man hinschaut, man doch immer wieder Machtgefälle findet in Gesellschaften und ist das nicht letztlich gar nicht anders vorstellbar? Also zwei Dinge. Das eine ist, glaube ich, dass Sie völlig recht haben, wenn man genau hinschaut, findet man immer wieder neue Formen der Erniedrigung, der Beleidigung des Geknechtetseins. Das lässt sich sagen, auch wenn man nichts sagen will, was Sie ja jetzt so ein bisschen unterstellen, das wird auch immer so sein, das lässt sich gar nicht ändern, weil die Verhältnisse lassen sich nicht so einrichten, dass das nicht passiert. Also auch wenn man das nicht in diesem pessimistischen Sinne formulieren will, ich rede jetzt langsamer und in Richtung Etienne, dann wird man trotzdem sagen, also dann könnte man das sogar sozusagen positiv so formulieren, je weiter wir darin kämen, unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen Verhältnisse zu analysieren, in denen Menschen verletzlich sind, in denen sie deshalb auch beleidigbar sind, erniedrigbar sind, sich erniedrigt fühlen können. In diesem Sinne ist das sicherlich ein unabschließbarer Prozess, gewissermaßen immer sensibler dafür zu werden, welche Formen der Erniedrigung es gibt, die nicht mit den krassen Phänomenen direkt zu beschreiben sind, die Marx ganz sicher vor Augen hatte, wenn er hier gesprochen hat. Also in dem Sinne würde ich sagen, es ist natürlich unabschließbar. In dem anderen Sinne würde ich sagen, das Interessante an dem Zitat ist gar nicht unbedingt dieses so rhetorisch sehr eindrucksvoller, also ich finde es auch sehr eindrucksvoller, dieses erniedrigt, geknechtet, beleidigtes Wesen. Aber der Schlüsselbegriff sind ja die Verhältnisse hier, also Verhältnisse, die Verhältnisse umzustürzen, in denen das so ist. Also der Schlüsselbegriff ist ja, dass es hier eben gerade nicht um irgendeine Art von Moralisieren geht, im Sinne von, also der Skandalisierung bestimmter moralisch verwerflicher Verhaltensweisen, sondern der Punkt ist ja der, hier oft gesellschaftliche Verhältnisse hinzuweisen, die so wirken, dass sie dieses moralische Skandalon erzeugen. Und das ist ja das, was man von Marx lernt. Und die andere Seite daran, die immer sehr hervorgehoben wird, wenn es darum geht, dann zu sagen, ja und Marx war eben auch so ein moralisch, normativ, integrer Mensch, der vom Leid der Welt affiziert war. Das ist sicherlich so. Und wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe Foucault vor Marx gelesen, dann stimmt das. Und Adorno vor Marx gelesen, dann stimmt das zwar. Aber noch viel vorher habe ich Kinderbücher gelesen. Und eines meiner Kinderbücher war Moor und die Raben von London. Das ist ein Buch, das alle diejenigen, die in der DDR groß geworden sind, kennen oder sehr viele kennen. Und das ist eben so eine Marx-Biografie für Kinder. Und da ist sozusagen die Darstellung ist komplett die, wie er in London rumläuft und sieht, wie sich die Fabrikarbeiterkinder, also die Kinder, die in Fabriken arbeiten, die Hände blutig arbeiten und wie er sozusagen durch diese Wahrnehmung der sozialen Welt zum manischen Arbeiten getrieben wird und so weiter. Also auch das ist sehr eindrucksvoll, aber natürlich wahnsinnig kitschig. Und ich würde ein bisschen davor warnen, ich will nur darauf hinaus, dass die, also so ergreifend gewissermaßen der moralische Impuls hier ist und so sehr wir den auch natürlich aufnehmen und weiterdenken müssen, so sehr sind auch die anderen Elemente da drin, nämlich zu sagen, Verhältnisse, die dazu führen, darauf hinzuweisen, dass Menschen in Strukturen, in Institutionen, in sozialen Praktiken leben, die dazu führen, dass sie so gesehen werden und so behandelt werden, scheint mir der entscheidendere Punkt und der Punkt, auf den Etienne hingewiesen hat, die Religionskritik, mit der das anfängt. Der Satz, den es da ja dann auch gibt, dass er sagt, die Kritik der Religion ist der Beginn aller und die Voraussetzung aller Kritik. Auch das ist, glaube ich, ein Satz, den man sich sehr genau überlegen kann und muss und zu der Frage der Wiederkehr des Verdrängten, also hat man, hat Marx ja eigentlich mit der Religion gewissermaßen, hat er sie zu Unrecht ad acta gelegt, meldet sich da etwas wieder, was da gerade verdrängt war? Auch da kann man vielleicht dazufügen und einfügen, dass Marx ja nicht davon ausgegangen ist, dass es in der Religion nicht ein Recht, nämlich das Recht, in dem die bedrängte Kreatur hier ihr Leid anmeldet und das in der dann Gesellschaftskritik im Grunde aufgehoben sein muss. Also die Marxische Religionskritik ist ja nicht eine, die einfach nur sagt, es gibt übrigens keinen Gott, vergesst es, man findet das nicht im Reagenzglas, sondern das ist ja eine, die immer wieder darauf zieht, zu sagen, da gibt es ein Gehalt, der wird aber falsch beantwortet. Das ist eine richtige Frage, die falsch beantwortet wird. Und man könnte natürlich sagen, was da wiederkehrt, ist nicht nur das Verdrängte der Marxischen Philosophie, sondern natürlich auch einfach der Umstand, dass dieses Projekt einer emanzipierten Gesellschaft eben nicht geglückt ist, sich nicht durchsetzen hat können, etc. Aber natürlich kann man das auch weitergehend in Frage stellen. Vielen Dank. Matthias Greffert, bitte verzeihen Sie mir, wenn ich Sie jetzt noch einmal als Auskunftsperson für die 68er-Zeit brauche, wenn ich Sie frage, welche Rolle spielte, wenn Sie es jetzt mal rückwirkend nüchtern betrachten, tatsächlich, Ehrlich natürlich. Pardon? Und ganz ehrlich natürlich. Und möglichst ehrlich. Welche Rolle spielte denn Marxismus? Das marxistische Denken im Detail? War das nicht doch auch mehr so eine Fassade, an der man sich orientiert hat, theoretisch orientiert hat, aber im Hintergrund ging es eigentlich mehr darum, Lebensformen zu liberalisieren? Von den Vätern, von den Eltern zu lösen, bestimmte Verkrustungen gesellschaftlicher Art endlich mal hinter sich zu lassen. Und dazu brauchte man natürlich auch philosophische Argumente, die man bei Marx gefunden hat. Ich glaube, das sind jetzt wirklich zwei verschiedene Kuchen, die Sie da versuchen zusammenzubacken. Das eine ist, dass natürlich diese Gesellschaft verkrustet war und dass sie sozusagen in einer Kombination von spätbürgerlicher Verklemmtheit stalinistischer Rigidität auf der anderen Seite der Mauer, an der wir gerade lebten und einem einbrechenden Hedonismus, der uns auch nicht so richtig froh machen konnte, dass man da versuchte, so seinen Weg ins Leben zu finden. Und diese Revolte, die kulturrevolutionäre Revolte, also Sie meinen natürlich K1 und Hippies und all das, was damit zusammenhängt, das kam sozusagen als Rebellion gegen dieses Konglomerat. Der wahren Fetischismus kam dann irgendwann dazu, aber zunächst mal war es die rigide Gesellschaft. Aber da hilft einem der Marx eigentlich nicht so sehr viel weiter. Deshalb finde ich, kann man ihn dafür eigentlich nicht in Anspruch nehmen. Nein. Man kann ihn auch nicht in Anspruch nehmen, dafür zu sagen, das waren jetzt nur alles kleinbürgerliche, jugendliche Existenzen, die versucht haben, sozusagen aus ihrem individuellen Leid, dem sexuellen Leid und dem sonstigen Leid irgendwie eine Revolutionsidee zu gebären. Das kann man auch nicht sagen. Also insofern finde ich diese Kombi von 68 und Marx genauso missglückt wie die Kombi von Marxismus, Leninismus und Marx. Das haben wir ja gerade versucht, auseinanderzunehmen. Und jetzt möchte ich doch nochmal auf das kommen, was eben gesagt worden ist, zu Religion und Moral. Der zweite Begriff, der mit Sicherheit problematischer ist als der der Verhältnisse, ist nämlich der der Aufhebung. Und ich denke, wir sind heute vielleicht endlich so weit, dass 150 Jahre, nachdem es geschrieben worden ist, das Kapital in der philosophischen Bibliothek des meiner Verlages in den schönen grünen Bänden der philosophischen Dignität Einzug haben kann in die philosophischen Seminare Deutschlands. Und der Herausgeber, Herr Quante, hat es, glaube ich, nur deshalb gemacht, damit in Deutschland, ohne dass irgendjemand irgendetwas dagegen sagen kann, in Zukunft an philosophischen Instituten über Marx promoviert werden kann. Da haben wir jetzt 150 Jahre gebraucht. Und was mir daran jetzt wichtig ist, dass, wenn Sie den Begriff der Aufhebung der Religion nehmen, wenn Sie den Begriff des kategorischen Imperativs nehmen, da haben wir immer noch den kalten Krieg in den Knochen. Kein Mensch wird jetzt gegen den kategorischen Imperativ sagen, ja, das ist doch irgendwie eine linksradikale Illusion, dass man die Welt nach dem kategorischen Imperativ einrichten kann, wird kein Mensch sagen. Und kein Mensch wird sagen, dass in der judeo-christlichen Tradition unseres schönen Kontinents oder in der schönen Tradition unseres nicht mehr so schönen Kontinents die Forderung, alle Verhältnisse zu verändern, in denen Menschen erniedrigt und ausgebeutet werden. Was Marx da gemacht hat, dass er eine Brücke gebaut hat von der Moral, auf die wir nicht verzichten wollen, in die Wissenschaft mit diesem Begriff des Verhältnisses. Und mein erster wirklich Seifensieder, der mir aufging, war der schöne Satz, auch wieder in der deutschen Ideologie, das Wesen des Menschen, und da war er dann so ein bisschen weiter schon als hier, ist das Ensemble seiner gesellschaftlichen Verhältnisse. Feuerbach-These. Feuerbach-These. Das heißt, was wir sind, das machen wir dadurch, dass wir die Verhältnisse so machen, dass wir so werden können, wie wir wollen. Und das ist ein ebenso moralischer wie ein wissenschaftlicher Satz. Ja, und vor allen Dingen war es ja auch ein großer Fortschritt in der Ideengeschichte, den Marx damit vollzogen hatte. Wir würden an diesem Moment ganz gerne Marx nochmal selber zu Worte kommen lassen. Und in einem Brief findet sich folgende Selbstbeschreibung. Was mich nun betrifft, so gebührt mir nicht das Verdienst, weder die Existenz der Klassen in der modernen Gesellschaft noch ihren Kampf unter sich entdeckt zu haben. Bürgerliche Geschichtsschreiber hatten längst vor mir die historische Entwicklung dieses Kampfes der Klassen und bürgerliche Ökonomen die ökonomische Anatomie derselben dargestellt. Was ich neu tat, war erstens nachzuweisen, dass die Existenz der Klassen bloß an bestimmte historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden ist. Zweitens, dass der Klassenkampf notwendig zur Diktatur des Proletariats führt. Drittens, dass diese Diktatur selbst nur den Übergang zur Aufhebung aller Klassen und zu einer klassenlosen Gesellschaft bildet. Vielen Dank. Rahel Jägi, wenn Marx hier dieses Wort nachgewiesen benutzt, dann klingt das zumindest in meinen Ohren auch schon sehr, wie Matthias Greffrath das eben angesprochen hat, nach einer Wissenschaft, nach einer sehr wissenschaftlichen Beweisführung. Wenn wir von heute einen Blick auf diese Form von Wissenschaft werfen wollen, die Marx da betrieben hat, welches Verständnis von Wissenschaft steht da dahinter? Also ich glaube, es gibt, wenn wir jetzt bei den einzelnen Zitaten, die wir in dieser wirklich wunderbaren Lesung sagen hören, immer die skandalösen Worte rauspicken wollen, dann ist sicherlich das skandalöse Wort an diesem Zitat dieses notwendig. Und das ist ja etwas, was Matthias Greffrath auch schon angesprochen hat, dass die, sagen wir, emanzipativere Marx-Lektüre und die, die sich gegen ein bestimmtes Verständnis, wie es im real existierenden Sozialismus gepflegt worden ist, gerichtet hat, wenn die eines getan hat, war es, glaube ich, gegen dieses Wort der Notwendigkeit und auch gegen ein bestimmtes Verständnis von wissenschaftlichem Nachweis dabei. Also auch wenn sie selber und wenn sozusagen hier der Brücken vom Brückenschlag von der Moral zur Wissenschaft geredet wird, ist da ja was anderes gemeint. Und ich glaube, diese Vorstellung, da ist etwas, der Klassenkampf entwickelt sich notwendig nach Gesetzen, die wir quasi wie Naturgesetze bestimmen können. Das ist, es gibt, glaube ich, wenig, was einerseits stärker gewirkt hat in der Geschichte und nach Geschichte des Marxismus und marxistisch inspirierter Bewegungen und wenig, was fataler war. Das ist aber auch schon sehr früh gesehen worden, also Walter Benjamin hat berühmterweise schon früh gesagt, es hätte nichts die Sozialdemokratie mehr korrumpiert als genau diese Vorstellung eines solchen unausweichlichen, wissenschaftlich nachweisbaren Ganges in die klassenlose Gesellschaft. Und ich glaube, wenn man sich fragt, warum war Marx eigentlich an einem bestimmten Punkt dann eben so wenig nachgefragt, wie sie das beschrieben haben, dann ist einer, also dann ist der zentrale Punkt genau der, dass man das nicht mehr geglaubt hat und dass man nach Wegen dann suchen musste, entweder innerhalb des Marxismus oder eben, indem man andere theoretische Ressourcen zur Hilfe genommen hat, die diese plumpe Art des Determinismus aufgebrochen haben. Und also ich meine, bei Euthusser gibt es die Rede von der Überdetermination. Es gibt viele Versuche zu sagen, das Verhältnis von politischer Praxis und den Bedingungen, die so sind und sich so entwickeln, dass solche Praxis möglich, aber auch nötig wird, das anders zu verstehen. Es gibt viele Versuche eben sozusagen neu zu mischen, was eigentlich die Tätigkeit der sozialen Akteure und der Menschen und auch die Kontingenz, die diese hat und die die Resultate haben, wie man das irgendwie in das ganze Bild integrieren kann. Und das Zweite, was glaube ich den Marxismus in einer bestimmten Hinsicht und in einer bestimmten Zeit korrumpiert hat oder für, gerade auch für politische oder politische Bewegungen weniger interessant gemacht hat, war der Umstand, dass sich herausgestellt hat, dass es so unglaublich viele soziale Konflikte gibt, also dass es eine Pluralität von sozialen Konfliktfeldern gibt. Es gibt eben nicht nur, es gibt Rassismus, es gibt Sexismus, es gibt alle möglichen Arten von... Es gibt halt nicht nur Klassenkämpfe, sondern es gibt eben ganz unterschiedliche Gruppen, soziale Schichten, Habitusformen, Milieus, die miteinander in Konflikten sich befinden, die sich eben so leicht nicht auf Klassenkonflikte reduzieren lassen. Also ich glaube, die Herausforderung ist die und das ist jetzt wiederum die Antwort auf die Frage, wann wird das wieder und warum so aktuell? Das sozusagen, das ist der erste Schritt zu sagen, da gibt es eine Pluralisierung von Konfliktfeldern, wie sie dann gerade auch in der Folge von 68, glaube ich, also viel stärker wahrgenommen worden ist. Und Marcuse, den Matthias Greff rezitiert, der steht ja auch genau dafür, das alles wahrgenommen zu haben. Und möglicherweise ist dann aber im nächsten Schritt die Frage, und wie hängt das alles zusammen? Oder wie kann man sozusagen diesen Bewegungen, wie kann man einerseits das so analysieren, dass es eine Eigendynamik gibt und auch eine eigene Problematik, die nicht von einem großen Hauptwiderspruch zusammengehalten wird, aber andererseits eben doch etwas miteinander zu tun hat. Und das sind, glaube ich, so die beiden Lehrstücke an realen politischen Bewegungen und an dem, an sozialen Bewegungen und an dem, was sich eben anders als in diesem Zitat vorausgesagt ganz anders entwickelt hat, nämlich Pluraler, weniger, nicht mit einem Automatismus versehen, aber eben auch in den Konfliktlagen sich vielfach überkreuzen und überschneiden. Matthias Greff hat sie nicken zu dem, was Herr Jägi sagt. Ja, und ich würde es auch noch ergänzen. Also ich will jetzt nicht den billigen Trick machen und sagen, wenn Marx jetzt hier wäre, würde er sagen, Sie haben ja so einen Privatbrief zitiert und nehmen Sie das mal bitte nicht so ernst. Man muss aber sagen, es ist 1852 geschrieben worden, da war Marx auf dem Weg zu dem... Der Brief, das ist 1852. 52, 1852. Ja, 1852. Das heißt, das ist Teil eines Selbstverständigungsprozesses und das ist Teil der Freude über eine Entdeckung, die er nun mal gemacht hat mit den Klassen. Das war ja neu. Und er hat etwa gleichzeitig aber auch so viel zum Determinismus Vorträge gehalten, die hießen Lohnpreis, Profit oder Lohnarbeit und Kapital, wo sich der schöne Satz findet, wenn ihr euch nicht zusammenschließt, das heißt, wenn ihr nicht Politik macht, dann werdet ihr enden als eine unterschiedslose Masse armer Teufel, denen keine Erlösung mehr helfen kann. Das heißt, die Politik als das geradezu Antideterministische, als das zu Machende, ist von Anfang an immer mitgedacht. Das ist das eine, was mir dazu einfällt. Und das andere ist, natürlich gibt es, also wir haben das damals immer Haupt- und Nebenwidersprüche genannt, das ist natürlich ein bisschen schematisch, aber ich würde sagen, dass vieles von dem, was uns bedrückt, ob das die subjektive Entfremdung ist, ob das das Verhältnis von Männern und Frauen ist, ob das die Zerstörung der Natur ist, ob das wahnwitzige Formen der Religiosität sind. Ich komme gerade aus Europa, da können Sie sehr gut zeigen, glaube ich, dass in letzter Instanz, um auch dieses berühmte Marxsche Floskelchen nochmal zu zitieren, in letzter Instanz man doch immer sagen kann, mit Marx und Bill Clinton, it's the economy, stupid. Es hat eine ökonomische Struktur zur Voraussetzung. Ohne den Wohlstand in Westeuropa wären die Frauen bei uns nicht so selbstbewusst gut ausgebildet und in der Lage, ihren Mann zu stehen. In Osteuropa sind sie irgendwie hinterher und deshalb werden die Kinder dort noch geprügelt und die Frauen schlecht behandelt. Insofern ist der Klassenbegriff das, was an diesem Zitat denke ich, zu retten ist. Der Rest, den kann man in die Tonne treten. Herr Wittscher, haben wir noch vielleicht ein paar Minuten? Ja, bitte, sagen Sie. über diesen Brief zu kommentieren? Ja. Ja, also ich stimme mit Herrn Greffrath völlig zu, wenn er sagt, dass der Hintergrund zu diesem Brief 100 Prozent politisch und das ist und es ist im politischen Hinweis, dass wir den Text erläutern sollen. Ich erinnere euch, jeder weiß das natürlich, aber 1952, das ist unmittelbar nach dem Krach, nach dem nach dem Streit im Bund der Kommunisten Zerfall des Bundes der Kommunisten Ne, ne, der 48er Revolution in ganz Europa und besonders natürlich in Frankreich, wo nicht nur ein Frühling der Völker und so weiter Marx war selber Teilnehmer der Revolution in Deutschland, auch Engels, General Engels, der diese berühmten Marsch organisiert hatte, aber besonders war die französische Geschichte für Marx entscheidend und katastrophisch, natürlich, weil er unmittelbar nach der Prognose des Kommunistischen Manifests diese Revolution als sozialistische oder proletarische Revolution interpretiert hatte und da war das Proletariat von der Bourgeoisie oder von dem Kapital mithilfe einer Mehrheit der französischen Gesellschaft völlig zerbrochen und eliminiert worden und mit Zehntausenden von Toten. Also der Brief ist unter diesem Eindruck geschrieben und der muss nicht, glaube ich, oder nicht noch, obwohl das ist natürlich später im sogenannten Marxismus-Leninismus über Tausende und Millionen von Seiten erklärt worden, mit dem Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie zu ergleichen, sondern mit dem 18. und Primär von Ruy Bonaparte und das ist völlig dieselbe Zeit und darum ich sage nur das, es gibt natürlich eine Idee, eine sehr, sehr starke Idee der Notwendigkeit im Herzen dieses Textes, aber diese Notwendigkeit ist die dialektische Notwendigkeit der Negation der Negation und ist noch nicht und ist noch nicht die Notwendigkeit der gesellschaftlichen Entwicklung, die Marx später als historische Tendenz der kapitalistischen Produktionsweise erklären wird. Es ist ein apokalyptischer Text, apokalyptischer Text, Notwendigerweise wird dieser Klassenkampf sich erneuern, verschärfen und wird zu einer Art Entlösung oder Entschlacht zwischen den Klassen führen und das wird unmittelbar zur klassenlosen Gesellschaft hinzuführen. Aber da finde ich das Argument von Matthias Greffrath wirklich sehr stark. Marx ist es ähnlich gegangen wie vielen anderen Menschen auch. Er hat politisch nicht das erreicht, was er erreichen wollte, aber dadurch, dass er hingewiesen hat darauf, dass Politik stattfinden muss, indem Menschen sich vereinigen und Interessengemeinschaften bilden, hat er dann doch wieder Einfluss auf Politik gewonnen und die hat sich durchaus in seinem Sinne positiv verändert. Nicht unmittelbar. Nicht unmittelbar. Nicht unmittelbar, das ist ganz klar. Nur nach 15 Jahren oder und in ganz verschiedenen Umständen. Aber ich möchte noch ein kleines anknüpfen, weil Rahel oder Frau Jägi von diesem Reduktionismus und so weiter gesprochen hat. Und einen Moment her hat Matthias Greffrath den bedeutenden Satz von den Thesen über Feuerbach zitiert. Also in meiner Sicht, in meiner Meinung gibt es keinen Zweifel, dass Marx sein ganzes Leben lang nach, sagen wir, nachdem er mit Engels den Kommunistischen Manifest geschrieben hatte, eine eindeutige, so etwas wie einen eindeutigen Leitfaden der Geschichte im Gedanken gehabt hat. Das war der Klassenkampf und dann später natürlich der Klassenkampf ist auch in den ökonomischen Bedingungen gewurzelt und völlig ja. Und in diesem Sinne natürlich hat er nie diese Idee, die Frau Jägi verteidigt hat und richtig verteidigt hat in Manmai angenommen, das ist eine ganz neue Idee in gewissem Sinne, eine Idee des 20. Jahrhundert, dass gewisse andere Widersprüche oder gesellschaftlichen Verhältnisse, die andere Antagonismen genauso entscheidend und wichtig für eine Politik der Emanzipation oder der Befreiung etc. der Vernichteten und so weiter sind. Das hat er im besten Fall im sogenannten Überbau oder Superstruktur liegen lassen. Aber, und damit mache ich Schluss, was, wenn wir zu dem Text zurückkommen, den Thiers Greffrath zitiert hat, sechste These über Feuerbach, das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum einwohnendes Abstraktum, das kommt von Augustinus etc. In seiner Wirklichkeit, das ist Hegel, ist er das Ensemble, ein Fremdwort in Deutsch und Französisch, weil er nicht die dialektischen Kategorien benutzen will, die Ganzheit, die Totalität und so weiter, einfach das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist, dann ist hier kein Reduktionismus, weil das ganz offen ist. Und in der deutschen Ideologie spricht er auch von menschlichem Verkehr. Also im Prinzip, aber er hat das nicht selber gemacht, kann man auch darin eine Pluralität von Antagonismen hineinwerfen. Das ist der Weg in die Soziologie, in die Psychologie und in die anderen Menschenwissenschaften dieser Satz. Sie hatten sich noch gemeldet. Eigentlich noch mal zu dem von Matthias Greffrath vorgelesenen oder aus dem Kopf zitierten, ihr müsst es auch machen, ihr müsst auch kämpfen. Ich finde es schon wichtig, ich habe gerade gesagt, der Determinismus ist ein Problem, bekanntermaßen, dass mit dem Pluralismus Pluralität von Bewegung ist ein Problem, aber ich finde, wenn man jetzt wieder einen Schritt zurück, sondern darüber hinaus geht, im Grunde das Offenhalten, die Ambivalenz und das Offenhalten des Verhältnisses zwischen revolutionärer Praxis und den Bedingungen, die diese ermöglichen. was Marx interessanterweise ja auch schon früh in dem zuerst zitierten Text, findet sich das schon, wo er sagt, Revolutionen bedürfen eines aktiven und passiven Elements. Und da findet sich im Grunde schon, obwohl er dazu die Theorie über das passive Element der Revolution noch gar nicht hat, findet sich im Grunde schon das, was man dann später lange diskutieren kann, über was ist die Rolle von Klassenkampf im Verhältnis zu Zeit bedeutet das Vertrauen. Einen Satz muss ich dazu noch sagen, das ist vielleicht die wirklich große Illusion, nicht nur von Marx, sondern von allen Intellektuellen, wenn man die Welt erklärt hat, dass man sie damit schon sozusagen noch nicht verändert hat, aber dass damit die Veränderung schon passiert ist. Das hat er nicht Ich muss jetzt ganz groß dazwischen gehen. Bevor wir die Diskussion bevor wir jetzt hier die Diskussion vorübergehend für die Nachrichten unterbrechen, hören wir noch mal Christian Brückner unmittelbar nach den Nachrichten setzen wir unsere Diskussion fort. Aus dem kommunistischen Manifest Die Bourgeoisie reist durch die rasche Verbesserung aller Produktionsinstrumente durch die unendlich erleichterte Kommunikation alle auch die barbarischsten Nationen in die Zivilisation. Die wohlfeilen Preise ihrer Waren sind die schwere Artillerie, mit der sie alle chinesischen Mauern in den Grund schießt, mit der sie den hartnäckigsten Fremden Hass der Barbaren zur Kapitulation zwingt. Sie zwingt alle Nationen die Produktionsweise der Bourgeoisie sich anzueignen, wenn sie nicht zugrunde gehen wollen. Sie zwingt sie die sogenannte Zivilisation bei sich selbst einzuführen, das heißt Bourgeois zu werden. Mit einem Wort, sie schafft sich eine Welt nach ihrem eigenen Bilde. Zivilisation Untertitelung des ZDF, 2020 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 sondern eine Sammlung gemacht haben in Rom, die nach Berlin, London, New York etc. kommt. Das sind die Ideen des Kommunismusversammlungen, die Zizek, Badiou und andere gemacht haben. Und sie haben nicht das Kommunistische Manifest wieder geschrieben, aber sie haben Thesen vorgeschlagen, die einigermaßen das Kommunistische Manifest zu erneuern oder aktualisieren versuchen. Und dann haben sie gedacht, wir müssen das alte Text wieder veröffentlichen und wir müssen einige Marxisten oder Post-Marxisten fragen, einen Kommentar oder ein Nachwort zu schreiben. Also diese Sätze, die habe ich neulich kommentiert. Und um schnell zu sagen, erstens, im ersten Zitat haben die alle den unglaublichen Eurozentrismus von Marx explizit gehört. Und das ist umso interessanter, weil es natürlich unmittelbar mit dieser messianistischen Idee, die Sie gleich erwähnt haben, geknüpft ist, die hier nicht nur mit Erlösung, ich würde sagen, oder mit Umwertung von Niedrigkeit zur Erlösung zu tun hat, sondern mit der Idee einer Umwälzung der Welt als solchen. Also dieser. Aber im Herzen dieser Formulierung liegt der Leitfaden, die zentrale Idee des Kommunistischen Manifests, nämlich, dass es in der Geschichte nur zwei völlig revolutionäre Klassen gegeben hat. Und das ist die Bourgeoisie und dann der Proletariat. Die Bourgeoisie ist kein den alten herrschenden Klassen ähnlich. Die alten herrschenden Klassen haben immer die Welt versucht, so zu lassen und bleiben lassen, wie sie ist. Weil das mit ihrer Herrschaft direkt und unmittelbar artikuliert ist. Während in Marxens Beschreibung, das auch heute klingt unglaublich, haben wir eine Art Eloge der Bourgeoisie als die größte revolutionäre Macht und Klasse in der Geschichte. Mit Ausnahme natürlich des Proletariats, das unmittelbar nach der Bourgeoisie nachkommen wird. Und dann meine letzte Anmerkung darüber ist, etwas wird daran im späteren Marx sich verändern. Und das ist für heute ganz wichtig. Und auch, weil wir im 15. Jahrestag, Jubiläum von 68 sprechen. Wenn ich zu jungen Leuten heute zu erklären versuche, was in 68 passiert ist, und ich spreche natürlich unter ihre Aufmerksamkeit, dann muss ich immer erklären, sie können das nicht ganz verstehen, weil die Empörung oder die Revolte von 68 nicht so viel eine Revolte gegen das Kapital, sondern eine Revolte gegen die Bourgeoisie gewesen ist. Die gesellschaftliche Ordnung, die Welt, die die Bourgeoisie in seiner Image, in seinem Bild geschaffen hat. Das habe ich Ihnen an Greffert vorgeschlagen als Interpretation zu 68. Heute, und ich muss auch sagen, und vielleicht ist das falsch, das ist ein bisschen zu stark, aber ich sage, ihr könnt das nicht verstehen, weil es heute keine Bourgeoisie mehr gibt. Was wir heute haben, ist Geld, Finanz, Kapital. Das ist nicht die Bourgeoisie. Und die Bourgeoisie ist konservativ, kein Zweifel. Das Kapital ist revolutionär. Und das Kapital ist so revolutionär, als gesellschaftliches Verhältnis und als ökonomisches Produktionssystem, ist so revolutionär, dass natürlich in völligem Widerspruch mit was Marx geahnt hatte, dass Kapitalismus hat sich mehr revolutionär als das Proletariat erklärt in der Geschichte. Ich würde jetzt gerne nochmal Matthias Greffert auch so etwas provokativ fragen, wenn Marx in seinem kommunistischen Manifest doch die Leistungskraft dieses Kapitalismus in materieller Hinsicht so stark herausgestellt hat. Warum hat er ihm in intellektueller Hinsicht so wenig zugetraut? Er war ja offensichtlich der Meinung, diese Bourgeoisie wird in ihren eigenen Untergangrennen sehenden Auges, indem sie immer wieder die gleichen kapitalistischen Mechanismen benutzt und dadurch eben auch zur Verelendung der Massen führt. Nein, jetzt muss man doch das kommunistische Manifest durch die Brille des Kapitals lesen. Also des Buches, also erstens hat er der Bourgeoisie jetzt nicht gedacht, das sind nur die Leute, die Maschinen bauen können und ansonsten sind sie irgendwie dumm für Hainis, sondern sie schaffen auch die Weltliteratur. Das Kapital treibt eine Weltliteratur, allgemeinen Verkehr, die barbarischen Verhältnisse werden abgeschafft. Die Generationen, sagt er an der Stelle. Ja, und das ist natürlich, also der Eurozentrismus ist natürlich kein Eurozentrismus in dem Sinne, denn Europa hat diese Welt geformt. Also da kann man nur sagen... Zumal im 19. Jahrhundert. Das ist eine geniale Prognose und die europäischen Werte und das Kapital als der europäischste aller, der stärkste aller Werte, der sich durchgesetzt hat, formt die Welt ja weiter und zwar sozusagen bis ans vorläufige Ende. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man jetzt das kommunistische Manifest weiterlesen würde, dann kommt man natürlich an die Stelle, wo er sagt, es entstehen ökonomische Widersprüche, der Klassenkampf kommt wieder in Gang. Da kommt heute immer die Schöne, wo ist er denn in der Klassenkampf? Da kann ich nur sagen, wenn wir die Welt, die Bourgeoisie nach ihrem Bilde geschaffen hat, nämlich den Weltmarkt, die Globalisierung, den universellen Konsumismus und die universelle Naturausbeutung, wenn man die global betrachtet, ja mein Gott, dann haben wir doch nach wie vor ein ziemlich großes Weltproletariat. Das ist nur nicht organisiert. Das kann sich nicht organisieren. Aber das Wort als solches, was übrigens im Kapital, Band 23, ich glaube nur zweimal vorkommt, das Wort Proletariat, da geht es wirklich nur um ökonomische Kategorien und um Menschen, die gezwungen sind, so zu handeln, wie die ökonomischen Kategorien, die ökonomischen Zwänge sie treiben. Dann kann ich sagen, da ist selbst der Proletariatsbegriff heute so aktuell, genauso aktuell, vielleicht sogar aktueller als im 19. Jahrhundert. Ja, aber nicht geeinigt. Nein, das ist die zweite. Auch nicht soziologisch und ökonomisch. Nein, aber ökonomisch schon. Aber Rahel Yegi, wenn wir vorhin gehört haben, Etienne Balibar hat das ja deutlich gemacht, das Kapital ist heute eigentlich der revolutionäre Faktor und nicht das Politeariat. Ist es nicht auch so, um es mal zuzuspitzen, nie ist der, wenn wir jetzt an die Finanzkrise denken, der Kapitalismus so stark gefährdet worden, wie durch die Kapitalisten? Keine Arbeiterbewegung in den letzten 150 Jahren hat das Wirtschaftssystem, das Finanzsystem so nah bis an den Zusammenbruch gebracht, als die Finanzfachleute selber. Steckt da heute eigentlich das revolutionäre Potenzial? Müsste Marx heute ein Hedgefondsmanager werden, um seine Ziele zu erreichen? Revolutionär ist mehrdeutig. Die gleiten jetzt auf dem Wort revolutionär herum. Ja, ich meine, das ist ja, Sie legen ja jetzt fast wieder so etwas wie eine sehr deutliche Variante einer Marxischen Krisentheorie hier vor, was glaube ich nicht richtig, also ich meine, ich glaube auch diese Abteilung sozusagen der mit Marx sich verbindenden revolutionären Hoffnung und ich würde auch da sagen, das ist nicht Marx, also oder das ist nicht das, was man und alles das, was man aus ihm rausholen kann, also auch da die Vorstellung, in Wirklichkeit isst sich dieses System selber auf, untergräbt sich selber, wird krisengetrieben, wie es ist in seinen notwendigen Untergangsstürzen. Das kann man als eine sozusagen funktionalistische Krisendynamik, ist das natürlich ein Teil der Analyse, aber nicht nur glaube ich, dass das bei Marx vielschichtiger ist, sondern ich glaube auch, dass man das natürlich vielschichtiger denken muss, also dass Krisen so einfach nicht funktionieren, die sind nicht einfach, die bestehen nicht darin, dass sich ökonomische Gesetzmäßigkeiten gewissermaßen selber untergraben und aufheben und in den Ruin treiben, wenn das zu sozialen Revolutionen führen soll, dann ist da ein Element des Normativen, ein Element der Empörung, ein Element dessen, dass sich diese, die hier unter den Verhältnissen leiden, eben auch als solche zusammenfinden müssen. Also das, was Herr Greffrath gesagt hat, ist ja völlig richtig. Einerseits könnte man sagen, nie gab es mehr davon, nie waren die sozusagen in einer ähnlicheren Lage. So ähnlich ist die Lage aber nicht und nicht ganz umsonst, redet man ja heute dann auch eher von den Subalternen dieser Dynamik und tut sich schwer damit zu sagen, das ist die Klasse, die nur noch zur Klasse für sich werden muss. Aber ich finde, was Etienne Balibar vorhin gesagt hat in Bezug auf die dynamische Kraft des Kapitalismus, auch noch in anderer Hinsicht wichtig. Also das ist natürlich tatsächlich die Analyse von Marx, dass das zu sagen, was die Jena heute nennen, das ist ein System, das sich nur dynamisch stabilisieren kann. Also mit Jena meine ich jetzt die Jena-Soziologie mit Rosa, Lessenich und Dörre, die das geprägt haben in ihrer Postwachstumskritik. Zu sagen, dass problematisch daran ist eigentlich, dass sich dieses System eben nur dynamisch stabilisieren kann und das ist ein Problem. Bei Marx ist es tatsächlich noch so, dass genau diese dynamische, also der Umstand, dass die Bourgeoisie, der Kapitalismus so dynamisch ist, Anlass zur Hoffnung gibt. Und dass im Grunde bei Marx die Revolution, eine soziale Revolution, so etwas ist wie ein Wandel im Wandel. Also im Grunde angewiesen ist darauf, dass es eine Dynamik gibt. Innerhalb dieser Dynamik, die es schon gibt, kann man dann eine revolutionäre Dynamik lostreten. Ich finde das eine extrem schlaue Analyse. Ich finde auch, dass man die Frage, was gesellschaftlicher Fortschritt ist, am besten so verstehen sollte. Also tatsächlich in dieser Dynamik von, es gibt Wandlungsprozesse, die selber gar nicht unbedingt immer auf emanzipative Ziele gerichtet sein müssen, die aber Dinge ermöglichen, die dann in bestimmten Situationen eben gewendet werden können in eine solche, in die Richtung der Emanzipation oder dessen, was dann wirklich Fortschritt wäre oder ähnlich. Aber ich glaube, es steht tatsächlich zur Debatte, ob man sozusagen diesem Bild, Dynamik in der Dynamik und wir drehen innerhalb der Dynamik was um und deshalb eben auch dieses positive Bild der Dynamik, was sich bei Marx da findet. Und es gibt an vielen Stellen genau diese Beschreibung, wo er nicht davon ausgeht, dass an sich ist jetzt schon eine positive Entwicklung, sondern es geht immer darum, die Sachen reißen erst mal ein, die Sachen haben eine, sozusagen die verkrusteten Lebensverhältnisse sind eingerissen und in der Situation ergibt sich die Möglichkeit und ergibt sich aber in bestimmter Hinsicht auch um einen hohen Preis, nämlich den der Barbarei, wie Rosa Luxemburg später gesagt hat, gibt es auch die Möglichkeit, eben genau dieser Dynamik nicht zu entsprechen oder auch der Regression. Das scheint mir tatsächlich auch das zu sein, was an dem viel Gescholtenen der materialistischen Geschichtsphilosophie tatsächlich interessant und zu retten ist, ja, und zu sagen, da gibt es Erosionserscheinungen von Institutionen aller Art und von ökonomischen Verhältnissen, die eine Dynamik entwickeln, aus der sich etwas sozial gewissermaßen gewinnen lässt. Ja, Matthias Greffert, ich hatte den Eindruck, Sie wollten eben widersprechen. Ja, und zwar an einer Stelle, ich glaube, zum Teil hat es sich dann aufgehoben, also was Rahel Jägi ja gesagt hat, ist ja im Grunde die Beschreibung des Reifenwerkes als einer offenen Systemtheorie. Und die Parameter, in denen Ökonomie stattfindet, unter der Voraussetzung, wir denken uns jetzt mal einen reinen Kapitalismus. Marx hat aber, so dumm ist er ja auch nicht, dass er sozusagen nur so eine lumansche Systemtheorie dahingestellt hat, sondern es gibt ja immer die Anschlussstellen, wo er sagt, hier müssen wir über Folgendes aber auch noch nachdenken, wegen der historischen Konkretion. Und andererseits hat er da, wo er am abstraktesten ist, wo er sich den reinen Mechanismus vorgestellt hat, am Ende des Kapitels über die relative Mehrwertproduktion, jetzt komme ich wieder in dieses Zitieren rein, aber das ist ein so schöner Satz, wo er sagt, die ganze Akkumulation, diese ganze Dynamik, die zunächst mal im Kommunistischen Manifest die Idiotie des Landlebens beseitigt und, 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 Hygiene und was wir alles noch für schöne Sachen haben, steht, wenn diese Dynamik sozusagen nicht kontrolliert und gebremst wird, das waren jetzt meine Worte, aber dann steht bei Marx, dann wird sie am Ende die beiden Quellen des Reichtums oder des Wohlstands zerstören, die Springquellen zerstören, die Natur und den Arbeiter, den Menschen, den Arbeiter. Und ich denke, da sind wir wieder an einer Stelle, wo wir sagen können, da ist nicht so, wie er es geschrieben hat, aber das Motiv der Entfremdung bei dem Arbeiter, bei der Zerstörung des Arbeiters als Mensch und bei der Natur ist es ja ganz offensichtlich, da kann man, wenn man jetzt sozusagen die drei Schichten kommunistisches Manifest, Entfremdungstheorie und Kapital übereinanderlegen könnte, ist natürlich ein Vorhaben, was illusorisch ist und daraus eine Theorie oder einen Komplex machen könnte, da hätte man, glaube ich, immer noch ein ziemlich gutes Bild der Gegenwart, was man damit als Werkzeug herstellen könnte. Ja. Und da hat ja offensichtlich der Kapitalismus auch bei Marx sehr gut gelernt, indem er eben diese Gedanken aufgenommen hat und sich selber optimiert hat. Kritik hat in diesem Fall geholfen. Mehr als das. Der heutige Kapitalismus ist ein postsozialistischer Kapitalismus. Das müssen Sie erklären. Ja? Das müssen Sie erklären. Das muss ich erklären. Ach, andere lange. Also Voraussetzung dafür ist die Idee, die ich verteidige in den heutigen Diskussionen, dass natürlich Marx ganz klar nicht verstehen konnte oder vorsehen konnte, dass alles das, was er im Kommunistischen Manifest und in anderen Plätzen als die sogenannte Geschichte der Klassenkämpfe unter verschiedenen Produktionsweisen und so weiter, die in seiner Hinsicht zur endgültigen Phase oder Figur des Klassenkampfes zwischen Bourgeoisie und Proletariat in der Tat sich von heute aus gesehen als eine riesige Übergangsphase, würde ich sagen, die so etwas wie 500 Jahre gedauert hat, zum, also ich werde nicht sagen zum reinen Kapitalismus, sondern zum absoluten Kapitalismus. Wir leben heute im absoluten Kapitalismus. Das brauche ich ungefähr im hegelianischen Sinne. Also absolut kommt nach historisch oder objektiv. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass es heute fast kein Platz in der Welt, fast keine Produktion, fast keine Konsumtion, fast keine kulturelle Aktivität oder sogar sentimentale, sexuelle Aktivität und so weiter gibt, die nicht in irgendeiner Weise im Kreislauf des Finanzkapitals eingenommen wird und so kontrolliert wird. Während in Marxens Zeit natürlich hatte der Kapitalismus in der sogenannten Weltökonomie oder Weltsystem mit einer ganzen Menge von anderen Unterdrückungs-, Herrschafts- und Produktionsweisen zu tun. Aber dann kommt die nächste Frage. Müssen wir das, wir könnten darüber diskutieren natürlich, müssen wir das als eine Art Notwendigkeit im evolutionistischen Sinne verstehen? Ist das so etwas wie eine Tendenz, die Marx nicht völlig vorahnen oder vorsehen konnte, aber die wir heute retrospektiv und teleologisch sozusagen als notwendig sehen? Das glaube ich nicht. Das ist ein Ergebnis der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Das ist ein Ergebnis einer Geschichte, in welcher, um es sehr einfach zu sagen, nicht nur ein Konflikt, ein Klassenkampf, sondern eine Art Konfrontation, Wettbewerb zwischen reinen Kapitalismus, wenn Sie mögen, und verschiedenen Formen von Sozialismus oder sozialistischen Veränderungen des Kapitalismus gegeben hat. Das ist nicht nur die Sowjetunion, das ist nicht nur der reale Kommunismus, das ist auch der Sozialstaat, das sind auch die Faschismen, und das sind alle die Formen von Intervention des Staates in die Marktökonomie, die die heutigen Theoretiker des sogenannten Neoliberalismus, das ist Hayek, als Road to Serfdom beschreibt haben. Und sie haben alles zusammengenommen. Keynes, Lenin und auch Mussolini in gewissem Sinne. Der Kapitalismus, in dem wir heute leben, ist das Ergebnis dieser Konfrontation. Das ist nicht nur die Anwendung von abstrakten ökonomischen oder juristischen Ideen und Gesetzen. Und natürlich darum ist auch in gewissem Sinne der Sozialismus in seiner Verschiedenheit mit allen seinen internen innerlichen Widersprüchen eine Art Gespenst, das im heutigen Kapitalismus immer noch da ist und die innere Instabilität dieses Systems produziert. Aber die Formen, in welchen wir heute leben, was wir heute in Frankreich oder Deutschland sehen, etc., sind nicht einfach kapitalistisch. Sie sind postsozialistisch vom Kapitalismus eingenommen und verändert. Darf ich einen Satz noch von Matthias Kleffert zu sagen? Und einen von Rahel. In gewisser Weise hat der Kapitalismus seine Mission ja immer noch nicht beendet. Es gab dieses schöne Buch »Jihad gegen Macworld« vor 15 Jahren von Benjamin Barber, wo die These war, letztlich kann der Islamismus nicht siegen, weil der Konsumismus und der Kapitalismus einfach stärker ist. Und wenn wir jetzt nach Osteuropa gucken, dann kann ich sagen, diese ganzen dumpfen Heinis da, Herr Orban und Herr Kaczynski und der Klerikalismus und der Protofaschismus, glaube ich, wird auf die Dauer sich gegen die Kraft dieser kapitalistischen Wohlstandsmaschine nicht durchsetzen. Das Dumme ist nur, dass die Maschine gleichzeitig die Welt ruiniert. Dann ist die Mission der Barberay, die Rosa Luxemburg, die Rahel erwähnt hat. Jetzt der Satz von Rahel. Ich hoffe, dass die Dauer sehr lange sein kann und in der Zeit kann sehr viel Böses passieren. Nein, die Frage zu dem Postsozialismus. Ich frage mich, ob man da nicht doch noch mal sozusagen kleinteiliger die Epochen sich angucken muss. Ich meine, die Situation der Auseinandersetzung mit dem Sozialismus und auch der sozialstaatlichen Reaktion auf das, was vom Sozialismus als Gegenmodell und auch eben als innere Instabilität des Kapitalismus aufgebracht worden ist, die scheint doch jetzt in gewisser Hinsicht verloren zu sein. Nicht in dem Sinne, dass es doch absolut geworden zu sein scheint, dass man darauf jetzt nicht mehr so viel Rücksicht nehmen muss. Und wir haben vorhin geredet über Gründe dafür, Marx zu lesen. Einer der Gründe, glaube ich, für die Zeit nach den goldenen sozialstaatlichen 70er-Jahren gewissermaßen mit einer gewissen Zwischenzeit, in der man darüber nicht nachgedacht hat, war doch sicherlich, dass die sozialdemokratische Hoffnung, dass der Kapitalismus so eine Art Tiger ist, den man eben politisch-demokratisch zähmen kann, dass man immer stärker den Eindruck gewonnen hat. Und ich glaube, heute ist der Eindruck sehr unumstritten, dass mit diesem Tiger irgendetwas so beschaffen, dass dieser so beschaffen ist, dass man ihn so einfach nicht zähmen kann. Und dass man deshalb, warum Kapital lesen? Man liest Kapital, um rauszukriegen, was für eine Art von Tier dieser Tiger ist. Und ob es nicht sein kann, dass die Hoffnung darauf, dass sich Demokratie und Kapitalismus so einfach durch die Intervention der sozialistischen, sozialdemokratischen, sozialstaatlichen Bewegungen doch als vereinbar herausstellen könnten, ob das tatsächlich stimmt. Also mir scheint da einfach eine neue Frage aufgeworfen zu sein. Ja, das war jetzt, Entschuldigung, das perfekte Stichwort, denn das, was Christian Brückner jetzt für uns lesen wird und Marx nochmal selbst zu Worte kommen lässt, ist aus dem Kapital, das Sie gerade angemahnt haben. Damit jedoch der Geldbesitzer die Arbeitskraft als Ware auf dem Markt vorfinde, müssen verschiedene Bedingungen erfüllt sein. Der Warenaustausch schließt an und für sich keine anderen Abhängigkeitsverhältnisse ein als die aus seiner eigenen Natur entspringenden. Unter dieser Voraussetzung kann die Arbeitskraft als Ware nur auf dem Markt erscheinen, sofern und weil sie von nicht ihrem eigenen Besitzer der Person, deren Arbeitskraft sie ist, als Ware feilgeboten und verkauft wird. Die zweite wesentliche Bedingung, damit der Geldbesitzer die Arbeitskraft auf dem Markt als Ware vorfinde, ist die, dass ihr Besitzer, statt Waren verkaufen zu können, worin sich seine Arbeit vergegenständigt hat, vielmehr seine Arbeitskraft selbst, die nur in seiner lebendigen Leiblichkeit existiert, als Ware feilbieten muss. Zur Verwandlung von Geld in Kapital muss der Geldbesitzer also den freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er andererseits andere Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen. Die Frage, warum dieser freie Arbeiter ihm in der Zirkulationssphäre gegenüber tritt, interessiert den Geldbesitzer nicht, der den Arbeitsmarkt als eine besondere Abteilung des Warenmarkts vorfindet. Und einstweilen interessiert sie uns ebenso wenig. Wir halten theoretisch an der Tatsache fest, wie der Geldbesitzer praktisch. Eins jedoch ist klar. Die Natur produziert nicht auf der einen Seite Geld- oder Warenbesitzer und auf der anderen bloße Besitzer der eigenen Arbeitskräfte. Dies Verhältnis ist kein naturgeschichtliches und ebenso wenig ein gesellschaftliches, das allen Geschichtsperioden gemein wäre. Es ist offenbar selbst das Resultat einer vorhergegangenen historischen Entwicklung, das Produkt vieler ökonomischen Umwälzungen des Untergangs einer ganzen Reihe älterer Formationen der gesellschaftlichen Produktion. Matthias Greffreit, Sie haben nun dieses Buch herausgegeben über das Kapital und die politische Ökonomie des 21. Jahrhunderts. Was kann uns das sagen, dass diese Theorie, die jetzt 150 Jahre alt ist? Was Christian Brückner gerade vorgelesen hat, das mündet ja in die Geschichte und die Theorie der sogenannten ursprünglichen Akkumulation. Das heißt, zunächst mal müssen eben, muss Kapital gebildet werden. In der Geschichte war das die Ausraubung des lateinamerikanischen Silbers, die Auflösung der feudalen Heere und, 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 und. Da gibt es sechs oder sieben Gründe, die man anführen kann. Und es muss der freie Arbeiter geschaffen werden. Das heißt, es müssen gemeinschaftliche Formen des Grundbesitzes, England ist das berühmte Problem, wo die beiden eingezäunt werden und die Leute irgendwie ihr Leben nicht mehr auf dem Lande verdienen können, sondern als Arbeiter in die Stadt gehen müssen. Dieses muss erst mal geschaffen werden. Kein Mensch geht gern freiwillig in die Fabrik. Und es hat ja auch in England und anderswo diese Gesetze gegeben, damals gab es ja nicht Gesetze zum Mindestlohn und zur Höchstarbeitszeit, sondern zur Mindestarbeitszeit, zum Höchstlohn. Das heißt, das ist ein terroristischer Prozess, der über Jahrzehnte und Jahrhunderte gedauert hat, bis die dumpfe Landbevölkerung in der Lage war, Arbeitsdisziplin zu haben und sich nicht auf die faule Haut zu legen. Der Witz ist jetzt an dieser Theorie oder an diesem Ansatz, dass, wenn man Marx weiterdenkt, vor allem auch mit Rosa Luxemburg, dass man sagt, diese ursprüngliche Akkumulation, diese Verwandlung von nichtkapitalistischen Bewusstseinsformen, Umgangsformen, Lebensformen, Besitzformen, inkapitalistische, der geht bis heute weiter. Und die vorerst letzte Stufe in unserem zivilisierten Europa ist die Wiederaneignung dessen, was an kollektiven Sicherungen und Einrichtungen geschaffen worden ist, um die Auswirkungen des Kapitalismus zu dämpfen, Krankenhäuser, Schulen, Sozialversicherungen und, 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 dass die jetzt in einer Situation, wo das Kapital Verwertungsschwierigkeiten hat, wieder angeeignet werden, um Profitquellen zu sichern. Das heißt, die ursprüngliche Akkumulation, die Bereicherung des Kapitals durch Enteignung von traditionellen Verhaltensweisen und Eigentumsformen, die geht bis heute weiter. Jetzt werden wir gerade enteignet vom Sozialstaat, den wir uns so schön erkämpft haben in 100 Jahren. Ich finde das sehr wichtig, Matthias Treffer, was Sie gerade erwähnt haben. Und vielleicht, Herr Jägeri, könnten Sie das noch etwas genauer ausführen? Der Kapitalismus ist ja nicht nur eine Wirtschaftsform, er ist auch eine Lebensform. Kann man diese Lebensform Kapitalismus näher beschreiben? Kann man das auf ein paar Begriffe bringen? Ich finde diese These, dass die ursprüngliche Akkumulation eben kein einmaliges Ereignis war, sondern ein anderer, und das ist tatsächlich eine der wichtigsten Errungenschaften der letzten Jahre oder Jahrzehnte der Marx-Doktüre. Es ist aber ja sehr prominent in den letzten Jahren aufgelöst worden und das scheint mir eine entscheidende Sache, die auch, und jetzt komme ich zum Kapitalismus als Lebensform, die auch darauf ja nochmal ein ganz anderes Licht wirft. Also die einerseits ein Licht darauf wirft, zu sagen, das ist ein Gewaltverhältnis von Anfang an, also das ist ein Verhältnis, in dem von Anfang an so etwas wie Gewalt und Unterwerfung herrscht, aber auch auf die Vorgänge, die Matthias Greffer ja gerade beschrieben hat. Man muss diese Leute überhaupt erst mal herstellen, gewissermaßen. die bereit sind, dann in diesen Fabriken zu arbeiten, die sich einer bestimmten Art von Zeitkontrolle unterwerfen, einer bestimmten Art von Disziplin, einer bestimmten Art von Mechanisierung. Alle diese Sachen sind nicht einfach so da. Die werden tatsächlich und die entstehen auch nicht einfach nur so, weil da jetzt irgendwo Fabriken sind, sondern das ist etwas, was sozusagen aktiv geformt wird. Entsteht eine große Beunruhigung jetzt unter der Idee, dass die Leute gar nicht mehr in einer Fabrik arbeiten müssen, sondern dass die Roboter dort arbeiten werden und sie keine Arbeit haben. Das scheint mir doch jetzt im Moment eher die aktuelle Diskussion zu sein. Ja, das ist ja auch ein nicht selten genanntes Stichwort. Noch schlimmer als Ausbeutung ist keine Ausbeutung. Wird manchmal gesagt, das kann man jetzt so oder so, aber natürlich ist das etwas, was in gewisser Weise ja von Anfang an auch wiederum, also die Idee, dass Kapitalismus mit annähernder Vollbeschäftigung einhergeht, ist ja eigentlich auch eher jüngeren Datums und jetzt ist man wieder erschrocken darüber, dass es passieren kann, dass sehr große Anteile der Bevölkerung überflüssig gemacht werden, gar nicht mehr benötigt werden, in bestimmter Hinsicht nicht mehr benötigt werden. Das ist sicherlich eine gute Beschreibung der Lage, aber Sie hatten ja nach der Lebensform des Kapitalismus beschreibt und die Vorstellung, dass da eben mehr passiert, als dass einfach nur ein bestimmter unwiderstehlicher ökonomischer Prozess in Gang vorangesetzt wird. Mir scheint, auch beim Kapitallesen und wir hatten das vorhin ja schon mal mit, kann man eigentlich die Entfremdungstheoretischen, das Kommunistische Manifest, das Kapital, kann man das alles, könnte man das nicht alles übereinander legen und davon sozusagen, statt das getrennt zu halten. Ich glaube, dass es auch im Kapital und dass das überhaupt die Stärke im Grunde der marxischen Kapitalismuskritik ist, dass er alle diese Dimensionen gleichzeitig im Spiel hat. Das ist nicht immer ganz klar, wie die sich zueinander verhalten, also wie sich die Ausbeutung und die Entfremdung zueinander verhält, es ist nicht immer klar, wie sich das wiederum zu dem, was man als funktionale Anteile sozusagen eines Defizits einer kapitalistischen Gesellschaftsorganisation beschreiben lässt, wie sich das dazu verhält, aber dass man im Kapital, also auch im Kapital so etwas wie ein großes Entfremdungsmuster, nämlich das Muster einer Gesellschaft, die im Grunde von einer strukturellen Machtlosigkeit, dass sozusagen ihre eigenen Geschicke weder sozusagen transparent auch nur sehen zu können, noch über sie entscheiden zu können, noch eben das, was man, was Gesellschaft ist, nämlich ein Kooperationsverhältnis so organisieren zu können, dass darin alle eine bestimmte, anständige, nicht demütigende Form des Lebens leben können und das auch so zu tun, dass man nicht das Gefühl hat, in einer Maschinerie zu sein, die gewissermaßen von solchen menschlichen Handlungen, Entscheidungen völlig unabhängig ist. Das scheint mir gewissermaßen so eine Klammer zu sein, die zwischen dem Problem, dass es sich hier um ein entfremdetes Leben handeln könnte, um eines, in dem wie Marx ja durchaus auch ganz im Einklang mit Entfremdungstheoretikern, die gar nicht marxistisch sind und ich meine, Marx hat einfach das Problem nicht erfunden, sondern ihm eine bestimmte Wendung gegeben beziehungsweise dem, was sich an Veränderungen der Lebensverhältnisse in der industrialisierten Welt, was sich da beschreiben ließ, eine bestimmte Art der Mechanisierung, eine bestimmte Art der Entsinnlichung, Entwirklichung, so sagt Marx manchmal, der Tätigkeiten, die Art der Fragmentierung des Arbeitsprozesses, das sind ja alles Sachen, die, das ist nicht die marxische Erfindung, das so zu beschreiben, das ist nur so, dass er dem eine bestimmte Wendung, dass er Ursachen dafür sucht, dass er dem eine bestimmte Wendung gibt, dass es auch Vorstellungen glaube ich dazu gibt, wie man innerhalb arbeitsteiliger Verhältnisse trotzdem so arbeiten kann, kooperativ so arbeiten kann, dass nicht die Arbeitsteilung an sich das Problem ist und das hat dann alles damit zu tun, wie man gemeinsam über das entscheidet, was man hier macht, also ich glaube dafür gibt es, das ist einer der wichtigen Momente, das ist hier so ein Gesamtbild dessen, was der Kapitalismus eigentlich mit unserem Leben macht, wie er Subjektivitäten formt, wie er Lebensverhältnisse bestimmt, wie er das Verhältnis zur Natur, zu sich selbst und anderen Wir reden ja hier über das ökonomische Hauptwerk von Marx, auf das er 20 Jahre hingearbeitet hat und es ist also keine Kleinigkeit, Etienne Balibar, Sie haben mal geschrieben, dass das Kapital nicht nur unvollendet geblieben ist, sondern dass es möglicherweise überhaupt nicht zu vollenden war. Das ist meine Überzeugung. Können Sie uns das etwas genauer erklären? Was macht es für uns möglich? Immer noch heute das Toolkit oder in höheren Formulierungen das System der theoretischen Grundsätze oder Axiom, die Marx erfunden hat, wieder zu öffnen? Ich benutze Umberto Ecos Offene Kunstwerk als Opera Aperta Offenes Werk. Und ich glaube nicht nur, dass wir das Kapital so behandeln müssen, was natürlich möglich ist, nur wenn man, ich sage nicht, Jahre beim Lesen des Kapitals verbracht hat, das hat keinen Sinn, aber wenn man sich in das Buch und andere Materialien natürlich auch völlig integriert hat, aber man fühlt sich auch ganz frei irgendeinen der Sätzen, der Beschreibungen, der Demonstrationen oder wie sagt man auf deutsch, Beweisführungen, Beweisführungen, die im Kapital finden, zu verändern, um zu deuten, zu schlagen, um zu schlagen und dann beobachten, was das für eine Konsequenz oder einen Effekt über das System produziert. Das ist natürlich keine einfache Sammlung von Ideen, die man so behandeln könnte, wie irgendein Diskurs. Das ist sehr stark von innen und das bedeutet Wissenschaft von innen geknüpft worden. Aber das ist auch völlig umwandlungsfähig. Aber ich möchte auch etwas, wenn die mich erlauben, darüber sagen, und das hat damit zu tun, was Matthias Greffrath und Rahel Jägi diskutiert haben, dass der Individualismus im Sinne einer Lebensweise, die völlig von innen und von außen vom Wettbewerb zwischen Leuten beherrscht ist, dass dieser Individualismus über die Arbeiter selbst, nicht nur kulturell oder ideologisch, sondern auch zwangshaft imponiert werden muss, das ist die ständige ursprüngliche Akkumulation, die Disziplin, die Foucault dazu, das ist etwas ganz aktuell. Darum will unser Präsident in Frankreich zum Beispiel, unser Präsident Macron, überhaupt nicht erlauben, dass einige Anarchisten in irgendeiner Ecke von Bretagne so etwas wie eine Kommune bilden, die explizit und gegen diesen Individualismus kämpfen. Aber dann kommt eine andere Frage. Das ist die Frage natürlich der anderen Seite des Widerspruchs. Auf einer Seite sagen wir Individualismus. Am Anfang hat Marx auch wie im 19. Jahrhundert von Egoismus gesprochen. Und natürlich die Kategorie Entfremdung ist die philosophische Kategorie, die wir hier benutzen sollten. Aber die andere Seite natürlich ist, was heute als Kommens das Kommune erwähnt worden ist. Das ist die Frage der Kräfte, der Stärken, die den Widerstand gegen die kapitalistische nicht nur Produktionsweise, sondern Lebensweise ermöglicht haben. Und das ist ein großes Problem. Natürlich kann philosophisch deduziert werden. Man schreibt Geschichte und Klassenbewusstsein und das ist natürlich ein Meisterwerk der westlichen Philosophie. Aber historisch und hier vielleicht befinden sich einige Historiker, die das besser als ich erklären könnten, kommt die Frage, woraus sind die Ideen, die Formen, die kulturellen Muster, würde ich sagen, der Gemeinschaft, das ist ein gefährliches Wort, herausgekommen, die so etwas wie eine Arbeiterbewegung oder revolutionäre Bewegungen ermöglicht haben. Oder die das ermöglicht haben, dass einige von uns ältere Leute hier vielleicht den Eindruck gehabt haben, dass sie den Kommunismus in gewissen Momenten nicht nur in die Zukunft, sondern in der Gegenwart erlebt haben. Woraus kommt das? Kommt das aus der menschlichen Natur? Die menschliche Natur ist nicht egoistisch, sie ist kommunistisch. Kommt das aus dem Klassenkampf selbst? Oder das ist mehr und mehr meine eigene Hypothese? Ist das aus den vergangenen Formen des gemeinschaftlichen Lebens gekommen, wovon die Proletarier zwangshaft und gewalttätig getrennt worden waren und die sie sozusagen in eine neue Form gebildet? quasi eine kollektive überzeitliche Erinnerung. Jetzt haben wir leider das Problem, die Zeit der Sendung läuft ab und wir haben noch zwei Wortmeldungen. Matthias Greffrath. Ich will zu zwei Sachen kurz sagen. Das eine ist, das ist aber schon angedeutet, wenn man dieses Werk als Ganzes nimmt, auch das Kapital, hat es mehrere Ausgänge. Es landet nicht im totalen Barbarei, es landet nicht im Sozialdemokratismus, es landet auch nicht in der leninistischen Revolution, aber alle drei Möglichkeiten sind drin und viele andere noch davor. Ich will zu dem Individualismus etwas sagen. Marx hat ein ziemlich gutes Kriterium, um zwischen dem Bösen und dem guten Individualismus zu unterscheiden. Wenn wir uns vorstellen, wir leben auf einer Insel allein wie Robinson, dann wären wir nie ein Individuum, weil wir müssen alles selber machen. Auf der nächsten Insel ist genau dasselbe. Individualität Begriff der Arbeit, da sind man auch mal beim Engels, als Anteil bei der Menschwerdung des Affen, auf den kann ein Marxismus oder ein auf Marx sich beziehendes Denken nicht verzichten. Und wenn wir diese Arbeitskategorie ernst nehmen, dann können wir zum Beispiel erklären, wie die Verwahrlosung der Schulen mit der Tatsache, dass Arbeit 4.0 Menschen überflüssig macht, zusammenhängt. Nämlich man braucht sie einfach nicht mehr, also muss man keine guten Schulen haben. Das klingt jetzt verschwörungstheoretisch, aber ist durchaus ein ökonomischer Zusammenhang. Und man kann auch erklären, warum die Utopie, die kleine Utopie, die sich Marx leistet am Ende des Dritten Bandes, nämlich dass das Reich der Freiheit darin besteht, dass man jenseits der Arbeit, nicht ohne Arbeit, aber jenseits der Arbeit seine Fähigkeiten entfalten kann und die Bedingung dafür die Verkürzung des Arbeitstages ist, dann landet man bei dem Nämlich, dass wir produktiver werden durch die Maschinen und deshalb mehr Zeit haben, um Menschen zu werden. Jetzt nochmal, Sie hatten sich gemeldet. Es ist eigentlich seltsam, dass wir über Arbeit heute gar nicht geredet haben, obwohl ich denke, dass wenn wir darüber reden, was bleibt eigentlich und was sollte man aus der Auseinandersetzung mit Marx holen, wäre, glaube ich, unter anderem das Vorhaben über Arbeit noch einmal so zu reden, dass man nicht denkt, Arbeit ist eben irgendeine Art von instrumenteller Tätigkeit, die wir dem anderen gegenüber setzen sollten, sondern dass man einen komplexen Begriff von Arbeit als Praxis, wie er, glaube ich, bei Marx angelegt ist. Ich halte das für eine Fehldeutung zu glauben, wenn er da über Arbeit redet, ist das gewissermaßen die instrumentelle Seite einer Tätigkeit. Ich will eigentlich aber abschließen mit etwas zum Thema des Individualismus und mit einem meiner Lieblings-Marx- Zitate, wo er nämlich sagt, im Grunde als Antwort auf die Frage, die Etienne, aber die auch Matthias Greffrath gestellt haben, wo er sagt, der Mensch sei das Wesen, das sich nur in Gesellschaft vereinzeln kann. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Hinweis für die Frage, ist das etwas, was in unserer Natur liegt, das Gemeinschaftliche, ist das etwas, was im Klassenkampf entsteht, ist das etwas, was vergangene historische Erfahrungen sind, im Grunde alles ein bisschen, aber es ist vor allem die sehr tiefe sozial-theoretische oder sogar sozial-ontologische These, dass Individuierung ein zweites ist, dass es nicht einfach so ist, eben nicht so ist, wie sich die bürgerliche Vertragstheorie das vorstellt, da sind zunächst mal lauter vereinzelte Individuen, dann fragen wir uns, wie kommen die dann zusammen, sondern die sind schon zusammen, die teilen ihr Leben, weil sie zusammen arbeiten, unter anderem, weil sie in verschiedenen Hinsichten miteinander tätig sind, aufeinander angewiesen sind, sich dann individualisieren und individuieren, indem sie dort ihre eigenen Beiträge leisten, aber auch sich als Individuen entwickeln. Und die Frage ist gar nicht, wie komme ich jetzt zum anderen, sondern die Frage ist, was passiert eigentlich, welche Mechanismen sind es eigentlich, die den Individuen diesen, in dem Fall eben tatsächlich Schein der atomistischen Existenz, als ihre gesellschaftliche Existenz nahelegen? Ja, mir bleibt nur zu danken für die Diskussion allen Diskussionsteilnehmern und noch zu sagen, dass zum Ausklang dieses Diskussionsteils der Sendung wir noch einmal Karl Marx zu Worte kommen lassen wollen und zwar mit einem einzigen langen Satz, in dem er noch mal seine Vorstellung einer besseren Welt formuliert. Christian Brückner, bitte. In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knächtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden, nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen, erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Vielen Dank. Damit endet die zweite Stunde der Lange Nacht Marx aus Frankreich. Dieses Gespräch zwischen Uwe Wittstock und seinen Gästen, den Philosophen Rahel Yeggi, Etienne Balibar und dem Publizisten Matthias Grefrath zu unserem Themenabend haben wir im deutsch-französischen Wissenschaftszentrum Centre Marc Bloch in Berlin aufgezeichnet. Die Originalzitate von Karl Marx, ausgewählt von Frieder-Otto-Wolf sprach Christian Brückner. Ton und Technik Detlef Rebensdorf, Uwe Lauschke, Matthias Schurz und Jochen Klotzek. In der dritten Stunde dieser langen Nacht zum 200. Geburtstag von Karl Marx hören Sie einen Auszug aus dem neuen Buch von Uwe Wittstock »Karl Marx beim Barbier – Leben und letzte Reise eines deutschen Revolutionärs«, das gerade im Blessing Verlag erschienen ist. Den Text liest ebenfalls Christian Brückner. »Karl Marx« – Leben Untertitelung des ZDF, 2020 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 Des ZDF, 2020 Untertitelung 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 des ZDF, 2020 Und das kam ihm sehr entgegen. Große Menschenmengen hatte er nie gemocht. Zwei Jahre war es jetzt her, seit er begreifen musste, dass er seine geliebte Jenny verlieren würde. Sie hatte sich schon länger unwohl gefühlt und Gewicht verloren. Schließlich waren sie zusammen nach Manchester gereist zu ihrem Freund Dr. Gumpert. Der nahm sich Zeit, untersuchte Jenny gründlich und sein Gesicht wurde immer sorgenvoller. Es war die Leber, vermutlich Krebs. Der Arzt konnte nicht viel tun. Er verordnete einen Aufenthalt an der See und strenge Bettruhe. Aber im Grunde war klar, dass er hinter solchen mit ernster Miene vorgetragenen Anweisungen nur seine Hilflosigkeit verbarg. Sobald Jenny und er zurück in London waren, wandte er sich an einige der besten Ärzte der Stadt. Er wollte nicht aufgeben. Er erinnerte sie an einen Spezialisten in Karlsbad, von dem er vor Jahren während einer Kur dort gehört hatte. Doch für eine Reise dorthin fühlte sich Jenny längst zu schwach, also konnten sie dem Arzt die Symptome ihrer Krankheit nur brieflich schildern. Als hätten sie mit all dem noch nicht Sorgen genug, übersiedelte auch noch ihre älteste Tochter mit ihrem Mann und den drei Jungs mit Jean, Harry und Edgar nach Paris. Die französische Regierung hatte eine Amnestie für politische Flüchtlinge erlassen und ihr Schwiegersohn Charles Languet, eine Stelle als Redakteur in der radikal-linken Zeitung La Justice, gefunden. Jenny und er mussten sich nicht nur von der Tochter trennen, sondern auch von den Enkeln, die ihnen so viel Freude machten und Ablenkung schenkten. Als sie dann tatsächlich nach Eastbourne an die See fuhren, war Jenny bereits so schwach gewesen, dass sie viele Wege nur noch im Rollstuhl zurücklegen konnte. Danach reisten sie zusammen nach Argenteuil im Norden von Paris, um zu sehen, wie ihre Tochter jetzt lebte, und um den vierten Enkel zu begrüßen, den sie in der Zwischenzeit zur Welt gebracht hatte. Er hieß Marcel und natürlich bezauberte er Jenny und ihn. Was folgte, war bitter. Nachdem sie nach London zurückgekehrt waren, verfiel Jenny immer mehr. Bald lag sie nur noch im Bett. Für mehr reichte ihre Kraft nicht. Im November kamen die Wahlergebnisse aus Deutschland, und die gaben noch einmal Auftrieb. Obwohl es Bismarck schon vor Jahren gelungen war, allen sozialistischen Vereinen oder Parteien per Gesetz verbieten zu lassen, Versammlungen abzuhalten oder Propagandaschriften zu verteilen, hatte sich die Sozialistische Arbeiterpartei auf zwölf Mandate im kommenden Reichstag verbessert. Zwölf sozialistische Abgeordnete. Was für ein Erfolg, die erste gute Nachricht seit Langem. Dann warfen ihn mit einem Mal seine schwere Bronchitis und eine Rippenfellentzündung aufs Krankenbett. Der Anfall war plötzlich und heftig. Fieber hatte ihn gepackt und schüttelte ihn. Er bekam kaum Luft. Beim Husten drohte er zu ersticken. Dr. Donkin begann, seine Brust und den Nacken mit Pasten einzupinseln, die dem Rippenfell Wasser entziehen sollten. Er kam täglich, morgens und abends und schien kurz davor, die Hoffnung für seinen Patienten aufzugeben. Drei Wochen hatte er nicht einmal aufstehen können, so schwach war er gewesen. Er hatte in seinem Zimmer gelegen und durch die offene Tür gehört, wie Jennys Stimme nebenan immer leiser wurde. Er rief nach ihr. Sie antwortete. Aber es war kaum mehr als ein Flüstern. Eines Morgens fühlte er sich stark genug, noch einmal zu ihr hinüberzugehen und mit ihr zu sprechen. Er las ihr leise, mit flachem Atem einen Artikel aus der Monatsrevue Modern Thought vor, der ihn und seine Ideen mit Begeisterung feierte. Das heiterte Jenny auf. Glücklicherweise hatte sie keine Schmerzen. Dr. Donkin versorgte sie mit Morphium. Kurz bevor sie starb, sprach sie seltsamerweise Englisch mit ihm. Bis fast zum letzten Augenblick war sie bei Bewusstsein. Sie drückte allen die Hand und versuchte zu lächeln. Auch während der letzten Stunden kein Todeskampf. Allmähliches Entschlafen. Ihre Augen voller, schöner, leuchtender als je. Zweieinhalb Monate war das jetzt her. Dr. Donkin hat ihm verboten, an dem Begräbnis teilzunehmen und war mit seiner Anweisung sehr energisch. Zuerst wollte er sich diesem ärztlichen Machtwort nicht beugen, aber er war so erschöpft, dass er schließlich nachgab. Auch die Kraft, Freunde und Familie wegen Jennys Tod zu benachrichtigen, fand er nicht. Nur zwei, drei kurze Nachrichten schrieb er und einen längeren Brief an Tochter Jenny in Paris. Deren Mann, Longuet, dieser unbelehrbare Proutonist, hatte in La Justice einen ungenauen, einen dummen Nachruf geschrieben. In dem Brief zählte er seiner Tochter all die Fehler auf, die Longuet in diesem einen kurzen Artikel unterlaufen waren, und bat seine Tochter darum, künftig nie wieder in den Schriften ihres Mannes erwähnt zu werden. Seither waren ihm zwei Dinge treu geblieben, seine Krankheiten und die katastrophale Witterung. Er unterwarf sich demütig allen ärztlichen Anweisungen. Ihnen gegenüber zeigte er sich nicht rebellisch, aber entscheidende Besserung blieb aus. Welches Ziel er auch wählte, sobald er ankam, zeigte sich das Wetter von seiner übelsten Seite. Dann fiel sein Blick auf das unermüdliche Farbenspiel des Meeres in der Bucht. Die Brandung lief wie ein schneeweißes Band den Strand entlang. Dahinter zeigte sich das Wasser, zunächst grün, bevor es sich weiter in Richtung offene See über Türkis allmählich in ein sattes Blau verwandelte. Er atmete die salzhaltige Luft tief ein. Vielleicht hatte er doch auf den richtigen Ort gesetzt. Der Arzt, der regelmäßig zu einigen Gästen der Pension Viktoria kam, trug einen deutsch klingenden Namen, Dr. Charles Stephan. Er sei, versicherte man ihm, der beste Arzt von Algier, ein außerordentlicher Professor der medizinischen Fakultät der Stadt, dem Mann gleich zwei Lehrstühle anvertraut hatte. Er war ein Mann Anfang 40 mit lichtem Haar, Schnäuze und Kinnbart. Ein Zwicker verlieh seinem sanftmütigen Gesicht einen strengen Zug. Gleich am nächsten Tag brachte er die Rezepte, die ihm Dr. Stephan ausgestellt hatte, zum Apotheker nach Algier. Leider blies ein Sturm das gute Wetter schon wieder davon und setzte sich fest über der Stadt. Es wurde so kalt, dass er die Pension nur noch in seinem Londoner Rhinoceros über Rock verließ und selbst im Haus einen leichten Mantel trug. Andere Gäste gingen gar nicht mehr vor die Tür. Alle sprachen ehrfürchtig von »la Tempete«, wie von einer göttlichen Gewalt. Eingeschüchtert vom Geheul des Windes, das manchmal noch dazu von Donner und Blitzen untermalt wurde, rückte die kleine Gemeinschaft der Viktoria enger zusammen. Fermé hatte ihn länger nicht besuchen können, es wäre auch sinnlos gewesen, sie hätten nicht einmal miteinander reden dürfen. Doch nun kam er, sobald es der Arzt erlaubte, und brachte ihm einen besorgten Brief von Tochter Jenny aus Argenteuil. Sie hatte an den Richter geschrieben, voller Unruhe, da sie von ihrem Vater nach den ersten Nachrichten über die Ankunft in Algier wochenlang keine weiteren Lebenszeichen mehr erhielt, und das, obwohl sie ihm doch umgehend geschrieben und ihn dringend um »two words« über seinen Gesundheitszustand gebeten hatte. Aber von dieser Antwort und Bitte seiner Tochter wusste er nichts, ihr Brief hatte ihn nie erreicht. Er beriet sich kurz mit Fermé, dann schickten sie einen Boten ins Hotel d'Orient, wo das Antwortschreiben Jennys angekommen sein musste. Tatsächlich bewahrte der Concierge es seit zweieinhalb Wochen auf und übergab es vertrauensvoll dem Boten, der es endlich in die Pension Viktoria zu seinem rechtmäßigen Empfänger brachte. Aus jeder Zeile war zu spüren, wie viel Sorgen sich seine Tochter um ihn machte und sich zugleich Mühe gab, den Vater aufzumuntern. Seit seiner Abreise nach Algier hätten Jean und Edgar seine Enkel jeden Morgen als erstes nach dem Großvater gefragt, wo er jetzt sei und ob er aus Afrika quite black zurückkehren werde wie ein Neger. Auch über Eleanor hatten sie neue Nachrichten, eigentlich ein heikles Thema, aber sie versuchte alles so zu schildern, dass er sich rundum bestätigt fühlen konnte. Gedanken an Eleanor, seine jüngste, seine problematische Tochter waren fast immer bedrückend. Wie lange zogen sich seine Spannungen mit ihr mittlerweile hin? Wohl fast zehn Jahre. Und das nur wegen dieses hochnäsigen Franzosen. Schon die beiden älteren Töchter hatten sich in solche unzuverlässigen französischen Narren verliebt, Lafargue und Longuet. Es war abzusehen gewesen, dass sie seine Mädchen unglücklich machen würden, aber sie hatten sie um jeden Preis heiraten wollen, obwohl diese Männer beruflich nichts vorweisen konnten. Es war ihm nicht gelungen, diese Ehen zu verhindern. Der eine, Lafargue, hatte seinen Arztberuf hingeschmissen, nachdem ihm alle drei Kinder, die er mit Laura hatte, gestorben waren. Dann kaufte dieser Quacksalber das Patent für ein neues Druckverfahren, von dem er nichts verstand und zerstritt sich mit seinem Partner. Der andere war ein bestenfalls mittelmäßiger Journalist und unbelehrbarer Anhänger Prudence, der nach der Hochzeit für seine Frau kaum noch etwas anderes übrig hatte als Schimpfen und Brüllen. Um der Sache ein Ende zu machen, fuhr er mit ihr zur Erholung nach Brighton. Dort sprach sie immerzu von ihrem Franzosen »Lisa Garay morgens, Lisa Garay mittags, Lisa Garay abends«, doch er sah keinen Grund, sein Urteil über ihn zu revidieren. Als er sich nach drei Wochen auf den Rückweg nach London machte, weigerte sie sich, mit ihm zu reisen. Sie blieb in Brighton und ließ sich von Arnold Ruge, ausgerechnet von Ruge, einem seiner ältesten Feinde, Arbeit in einer Mädchenschule vermitteln. Sie war gerade mal 18 Jahre alt. Aber für ihn änderte das nichts. Er blieb beim Nein. Als Eleanor nach London zur Familie zurückkehrte, war sie weiterhin widerspenstig. Sie rauchte in aller Öffentlichkeit, setzte sich ins Café, um Zeitungen zu lesen, ging allein ins Theater oder legte ihm einen Brief auf den Schreibtisch, wann sie Lisa Garay endlich wieder einmal sehen dürfe. Sie habe sich mit all ihren Kräften bemüht, geduldig zu sein, aber sie halte es nicht länger aus. Sie plante sogar, einen Beruf zu erlernen, um zu arbeiten und unabhängig zu sein. Sie träumte von einer Bühnenkarriere und nahm Schauspielunterricht. Dann wieder versuchte sie sich als Übersetzerin oder Journalistin. Als nach Jahren Lisa Garays Buch über die Kommune fertig wurde und es in Brüssel gedruckt werden sollte, in Paris hatte es bei den Verlegern natürlich keine Chance, war Eleanor wie entflammt. Lisa Garay hatte gute Arbeit geleistet, alle gedruckten Quellen benutzt und außerdem besaß er Dokumente, die anderen nicht zur Verfügung standen. Es war die erste authentische Geschichte der Kommune. Sie hatte einen memoarenartigen Charakter, schließlich war Lisa Garay größtenteils Augenzeuge des Aufstands gewesen, bis zu dem grässlichen Ende mit über 30.000 Toten. Eleanor machte sich sofort daran, das Manuskript ins Englische zu übersetzen und er hatte ihr mit väterlicher Geduld dabei über die Schulter geschaut und sie, wenn nötig, korrigiert. Auch einem deutschen Verleger empfahl er das Buch und kümmerte sie um die Auswahl eines kompetenten Übersetzers. Doch selbst wenn er Lisa Garay als Autor achtete, änderte das nichts an seinen Ansichten über ihn als Mann. Eine Heirat mit Eleanor war und blieb ausgeschlossen und er bemerkte mit Befriedigung, dass sich Eleanor nur selten noch gegen sein Urteil auflehnte. Mit ihren Heiratsplänen hatte sie nach all den Jahren offenbar abgeschlossen. Und jetzt, schrieb Tochter Jenny, Eleanor habe sich mit Lisa Garay doch noch einmal getroffen, als sie von Argenteuil nach London zurückreiste. Die beiden hatten sich in Paris auf dem Bahnhof Saint-Lazare verabredet, benahmen sich aber wie alte Freunde, und nicht wie ehemalige Verlobte, vor allem Eleanors Benehmen, sei recht kühl gewesen. Er legte den Brief beiseite, erleichtert, dass Eleanor die zehnjährige Katastrophe nun endlich taktvoll gelöst hatte. Inzwischen war sie siebenundzwanzig und beklagte sich, ihre besten Jahre der Pflege der Mutter und als Schreiberin des Vaters aufgeopfert zu haben. Sie war eben die nervöseste seiner drei Töchter. Doch diese Reise nach Algier hatte er ihr immerhin erspart. Darüber konnte sie sich nicht beklagen. Sogar von Paul Lafargue, Lauras Mann, kam ein Brief. Allerdings war er voller banaler Fragen und flüchtig aufgeschnappter, bestenfalls halbrichtiger Vermutungen. Also musste er ihm in seiner Antwort lauter geistlose Auskünfte erteilen. Woher glaubte der Bursche zu wissen, er würde alle französischen Zeitungen verschlingen, die in Algier verkauft werden? Nein, schrieb er ihm, er beschränke sich auf ein kleines, algerisches Blatt namens Petit Coulomb, mehr lese er nicht. Die vernünftigste in dieser Familie war Tochter Jennychen. Ihre vier Jungs ließen ihr kaum je Gelegenheit, Atem zu holen. Ihr Mann war fast nie zu Hause. Manchmal kam er erst um halb zwölf nachts mit dem Zug aus der Redaktion. Und doch fand sie Zeit, Briefe zu schreiben, bevor sie todmüde ins Bett fiel. Ihr gestand er, was er keinem anderen anvertrauen konnte. Erst jetzt hatte er allmählich wieder jenen Gesundheitszustand erreicht, in dem er sich befand, als er London verlassen hatte, um sich zu erholen. Die Rippenfüllentzündung war nahezu ausgestanden gewesen, bevor er auf diese absurde Reise in den algerischen Regen geschickt wurde, wo er dann mit einem schweren Rückfall ankam. Ansonsten jedoch gab er sich Mühe, Jenny zu beruhigen. Sie brauchte sich keine Sorgen zu machen. Seine Heilung kam zwar langsam, aber stetig voran. Vor allem würde er gern, so beendete er seinen Brief, ihren Ältesten, den kleinen Jean, per Wunschkappe herbeizaubern, um ihm die Stadt und die Menschen hier zu zeigen. An den sonnigen Tagen war Algier zauberhaft, wie ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Wie würde Jean staunen über die Mauern, Araber, Berber, Türken, Neger, mit einem Wort über dieses Babel und die Kleider, von denen die meisten sehr poetisch waren. Diese ganze orientalische Welt, gemischt mit den zivilisierten Franzosen und den langweiligen Briten. Vor zwei, drei Jahren hat er in dem Buch seines russischen Freundes Maxim Kowalewski über das Gemeindeeigentum in Algier gelesen und sich ausführlich Notizen gemacht. Er wusste, dass europäische Kolonisten, ob sie nun dauerhaft unter den Einheimischen siedelten oder nur geschäftehalber vorübergehend bei ihnen lebten, im Allgemeinen als unantastbar betrachtet wurden. Im Übrigen übertrafen Briten und Holländer die Franzosen an schamloser Arroganz und Sühnewut gegenüber den Angehörigen der, wie sie es nannten, unteren Rassen. Kowalewski war nicht einfach dick. Er war fett, aber ein guter Wissenschaftler. Er lebte in Moskau und kam jedes Jahr nach London, um in den Schätzen des britischen Museums zu forschen. Der fleißige Maxim Maximowitsch hatte es geschafft, alles zusammenzutragen, was es zu wissen gab über Kollektiv, Grundeigentum bei den Eingeborenen in Amerika und auch in Indien und Algerien. Diese archaischen Formen von gemeinsamen Besitzer wiesen sich als ein bemerkenswertes Hindernis für den Erwerb oder den Handel mit Grund und Boden. Wie konnte ein Kapitalist Land kaufen, wenn es keine Verkäufer gab, da das Land nicht einem Eigentümer oder einer Familie allein gehörte, sondern einer ganzen Gemeinde? Kein Wunder, dass die Franzosen alles taten, um in Algerien jeden Gemeinschaftsbesitz zu beseitigen. In der Nationalversammlung war lange über diese Frage debattiert worden, da die Gefahr bestünde, solches Kollektiveigentum werde in den Köpfen der Araber kommunistische Tendenzen befördern. Also erzwangen sie per Gesetz, dass jedes gemeinsame Grundeigentum verteilt wurde unter den Angehörigen der jeweiligen Gemeinde, die es daraufhin bedenkenlos verkauften. Kollektives Grundeigentum spielte auch in Russland eine bedeutende Rolle. In der Obstschiena gehörte der Boden der Dorfgemeinschaft, die dem Zaren und den Behörden gegenüber gemeinsam für ihre Steuerschuld verantwortlich war. Den einzelnen Familien wurde, je nachdem, wie groß sie waren und wie viele Köpfe sie ernähren mussten, Land zur Bearbeitung zugeteilt. Vor einem Jahr hatte er den Brief einer Immigrantin bekommen, Vera Sassulitsch, die in Genf mit einer Gruppe von russischen Revolutionären sein Kapital studierte. War es möglich? Wollte Vera Sassulitsch Wissen, das russische Gemeindeland vor den Kapitalisten zu schützen? Es den Bauern, die es seit Generationen bearbeiteten, zu erhalten, um es in eine künftige kommunistische Gesellschaft zu überführen? Die Frage gärte in ihm. Für Engels war Kollektiveigentum wie die Obstschiena das bloße Überbleibsel einer Vorgeschichte, lächerliche Reste einer Uhrzeit, die aus Zufällen heraus erhalten geblieben waren und bei Lichte besehen immer von irgendeinem Dorf Despoten beherrscht wurden. Auch er hatte die Obstschiena lange Zeit den primitiven Gesellschaftsformen zugeordnet, in denen finsterst des Reaktionäres Denken, Dummheit und Aberglauben gezüchtet wurden. Doch Bücher wie das seines fetten, aber sorgfältigen Freundes Kowalewski stellten ihn vor die Frage, ob hinter dem Gemeinde Grundeigentum nicht doch Züge eines frühen Kommunismus, der Urgemeinschaft sichtbar wurden. Auch im deutschen und englischen Raum hatten Forscher Spuren kollektiven Eigentums entdeckt, die ein Hort der Volksfreiheit und des Volkslebens waren. Konnte man also im Ältesten das Neueste finden? In der Frühgeschichte den Kommunismus? Erst kurz vor seiner Abreise nach Algier hatte er mit Engels noch einmal wegen dieser Fragen gerungen. Sie sollten ein Vorwort schreiben für die Übersetzung des Kommunistischen Manifests ins Russische. Engels sperrte sich gegen jeden Satz, der als Relativierung der Erkenntnisse über die Abfolge der Gesellschaftsformationen verstanden werden konnte. Die Obstchina werde sich auflösen und Russland denselben Weg nehmen müssen wie die Länder des Westens auch. Schließlich einigten sie sich darauf anzudeuten, dass eine russische Revolution zu einem Signal für die proletarische Revolution im Westen werden und sich dann der gemeinsame Landbesitz in den Dörfern zum Ausgangspunkt einer kommunistischen Entwicklung entwickeln könne. Eine Kompromissformel, mit der sie alles offen hielten. Er fühlte sich ausgelockt. Schon bei den Diskussionen mit Engels in London hatte ihm die Kraft gefehlt, seine Argumente durchzusetzen. Nun musste er wieder Dr. Stephans Behandlung über sich ergehen lassen. Dr. Stephan war, als er ihn ein letztes Mal zur Visite in der Pension Viktoria aufsuchte, spürbar bewegt. Seine Frau hatte, berichtete der Arzt am Tag zuvor eine zweite Tochter geboren. Ihn überschwemmten, während Dr. Stephan redete, die Erinnerungen an Jennys Geburten, daran, wie die Wehen ihr zugesetzt hatten, an die Hebammen, die ihn in Paris, in Brüssel, in London aus dem Zimmer drängten, wenn Jenny zu schreien begann, an die in Windeln und Decken gewickelten winzigen Gesichter, die sie ihm präsentierten, sobald alles vorüber war, und an Jenny, die erschöpft im Bett lag, vorbei und vergangen. Dann sah er Jenny vor sich, die wusste, dass sie starb, ihre Stimme wurde immer flacher, während sie Englisch mit ihm sprach, und die dennoch zu lächeln versuchte. In den folgenden Tagen dehnte er seine morgendlichen Spaziergänge noch weiter aus. Der Wind ließ kaum nach und der Staub setzte seinem Husten zu. Es war Zeit zum Aufbruch. Er war bald zehn Wochen hier. Seit den Studentenjahren in Berlin hatte er keine so lange Frist ohne seine Familie oder Engels verbracht, allein mit seinen Gedanken. Manchmal glaubte er zu spüren, wie die alte Stärke zurückkehrte, aber ihm war klar, dass sich etwas verändert hatte, endgültig. Er nahm sich vor, bald schon Tochter Jenny, der einzigen seiner Mädchen, die Kinder hatte, etwas über die Bedeutung des Familienlebens zu schreiben, dieser mikroskopischen Welt, die viel interessanter ist als die makroskopische. Mit Laura, die ihre drei Kinder früh verloren hatte und nun keine mehr bekommen wollte, konnte er über so etwas nicht sprechen. Aber ihm war eine alte arabische Weisheitsfabel eingefallen, die er ihr in einem Brief ans Herz legte. Sie würde, darauf vertraute er schon, verstehen, was zwischen den Zeilen stand. An einem stürmischen Fluss, so ging die Fabel, wartet ein Fährmann mit seinem Kahn. Ein Philosoph steigt ein und bittet, übergesetzt zu werden. Während der Fahrt fragt er den Fährmann, Fährmann, kennst du Geschichte? Nein, antwortet der. Dann, sagt der Philosoph, hast du die Hälfte deines Lebens verloren. Hast du die Mathematik studiert? Nein, erwidert der Fährmann. Dann, sagt der Philosoph, hast du mehr als die Hälfte deines Lebens verloren. Kaum hat der Philosoph das gesagt, schlägt der Wind den Kahn um und beide, Fährmann und Philosoph, stürzen ins Wasser. Da schreit der Fährmann, kannst du schwimmen? Nein, ruft der Philosoph. Dann, antwortet der Fährmann, hast du dein Leben ganz verloren. Auf seinen Morgenwanderungen gelangte er nun auch bis nach Aga Supérieure, einer Nachbargemeinde von Mustafa Supérieure, oberhalb der Strandbäder gelegen, südlich von Algier. Zu seiner Überraschung entdeckte er dort, in diesem abgelegenen Vorort, das kleine Atelier eines Fotografen. Der Inhaber Edutertre hatte seinen Namen stolz auf dem Firmenschild neben dem Eingang vermerkt. Ein Barbier in unmittelbarer Nachbarschaft, offenbar ein Verwandter des Fotografen, denn laut der Schrift auf der Tür zu seinem Salon hieß er ebenfalls Dutertre, brachte ihn auf einen Gedanken. Sein Bart und langes Haar störten ihn. Die Idee, sich rasieren und die Frisur stutzen zu lassen, kam ihm reizvoll vor. Er würde anders aus Algier abreißen, als er angekommen war. Doch konnte er den Bart nicht einfach aufgeben? Seine Töchter und Enkel hatten ihn noch nie ohne gesehen. Auch auf den Zeichnungen der Zeitungen oder der Partei war sein Kopf mit Bart und Mähne längst zum Abbild eines mächtigen Hauptes verschmolzen, das er nicht missen mochte. Ohne noch zu zögern öffnete er die Eingangstür zum Atelier des Fotografen. Der Inhaber, ein Franzose, war ein nüchterner Mensch nach seinem Geschmack. Duterte schob den Vorhang zu einem Nebenzimmer beiseite und ließ ihn eintreten. In der Mitte des Raumes stand auf drei hölzernen Beinen die Kamera. Aus zwei Fenstern fiel Licht auf eine Wand, die mit dunklem Stoff bespannt war. Der Fotograf bat ihn, auf dem Stuhl vor der Wand Platz zu nehmen. Der Stuhl würde, versicherte er ihm, auf dem fertigen Fotogramm nicht zu sehen sein. Die Fertigstellung des Fotogramms und der Kopien werde, bedauerte Duterte, einige Tage in Anspruch nehmen. Doch da der Abreißetermin seines Kunden dränge, werde er die Arbeiten nach Kräften beschleunigen und ihm die Bilder ausnahmsweise schon am kommenden Sonntag aushändigen können. Der benachbarte Barbier erwies sich als ebenso nüchtern und geschäftig wie der Fotograf. Die Familienähnlichkeiten waren unübersehbar. Auch der Wunsch nach der Rasur eines so langen, kräftigen Vollbartes konnte ihm keinen Kommentar entlocken. Mit einer Handbewegung forderte er ihn auf, Platz zu nehmen auf einem einfachen Stuhl, dem einzigen, den er anzubieten hatte. Er warf ihm ein weißes Tuch über Brust und Schultern, dann schnitt er den Bart zunächst mit der Schere zurück, schäumte Wangen und Hals ausgiebig ein und begann mit dem Rasiermesser die Haarreste zu entfernen. Die Hände des Mannes verrichteten ihre Arbeit schnell und routiniert, griffen noch einmal zur Schere, um auch die Frisur zu kürzen. In wenigen Minuten war alles vorüber. Es gab in dem Salon nur einen einzigen Spiegel. Er war seitlich neben dem Stuhl und so hoch angebracht, dass man ihn lediglich stehend benutzen konnte. Als der Barbier mit einem feuchten Tuch die letzten Schaumspuren entfernte und süßlich riechendes Rasierwasser auftrug, spürte er das Tuch und die Finger überdeutlich auf seiner Gesichtshaut. Dann stand er auf, um sich im Spiegel zu betrachten. Die Wirkung war verblüffend. Der Mann, der ihm entgegenblickte, sah jünger aus, schlank und fremd. Er drehte den Kopf zu den Seiten, betastete die Haut an den Wangen und am Hals, richtete dann seinen Kragen, drehte sich um und zahlte. Natürlich erstaunte er die anderen Gäste der Viktoria und auch Fermé, als er ihnen so verändert gegenüber trat. Doch diese Tage vor dem Aufbruch waren so ausgefüllt mit Vorbereitungen, dass wenig Zeit blieb, seine Verwandlung zu kommentieren. Ihm war das Recht. Das Gepäck musste zusammengepackt bei Madame Alice die Rechnung beglichen, die Fotogramme bei Duterte in Aga abgeholt und algerische Präsente für die Töchter erworben werden. Die keineswegs nur metaphorischen, sondern sehr realen Schlechtwetterwolken, die sich seit dem Tod seiner Frau über ihn ballten, wohin auch immer er sich wandte, begleiteten ihn weiterhin. Und tatsächlich? Ich bin nun mal so ein schicksalhafter Mensch und bin sogar stolz auf diese meine Eigenschaft, hat sich die Prophezeiung zum Teil erfüllt, schrieb er an Tochter Eleanor. Seit Anfang Januar erfreute sich die Reviere eines so brillanten Sommerwetters wie noch nie. Nur einige, die immer was auszusetzen haben, beklagten sich, dass es zu wenig regnet. Als ich am 4. Mai in Marseille ankam, fing es zu regnen an. Und so regnete es manchmal einen ganzen, noch öfter aber einen halben Tag lang und meistens nachts. Ein allgemeines absinkende Temperatur, kalte Winde, immerzu wechselhaftes, unterschiedliches Wetter, die Luft, wenn auch nicht oft, zu sehr mit Wasserdampf geschwängert. Die optimistischen Annahmen über seinen Gesundheitszustand erwiesen sich hingegen als falsch. Die Rippenfellentzündung, die er für überwunden hielt, war nicht ausgeheilt. Was bedeutete diese zunehmend verunsicherte Bewusstseinslage für den kranken Marx? Wie gut vermochte er, obwohl ernstlich geschwächt, sein lebenslang gehegtes Selbstbild und sein Vertrauen in die eigenen prognostischen Fähigkeiten aufrechtzuerhalten? Er war kein Menschenkenner. Seine ansonsten grenzenlose Forschungsneugier richtete sich nie auf die Psychologie. Selbst seiner Frau, seinen Kindern und Engels begegnete er oft mit erstaunlich geringem Einfühlungsvermögen. Wenn er also kein gutes Ohr hatte für das, was ihm das eigene Unbewusste auf Umwegen mitteilte, sollte das niemand überraschen. Vielleicht darf man vor diesem Hintergrund in seinem Barbierbesuch in Algier mehr sehen als nur einen Barbierbesuch. Im Postskriptum seines Briefes vom 28. April 1882 an Engels notierte er, er habe den Prophetenbart und die Kopfperücke weggeräumt und als Haaropfer auf dem Altar eines algerischen Barbiers dargebracht. Er benutzte das religiöse Vokabular Prophet, Opfer, Altar in einem spürbar ironischen Tonfall, was der Nachricht, er habe sein seit Studententagen gewohntes Aussehen radikal verändert, einen belustigten, unernsten Anklang verleiht. Auch dass er Rasur und Haarschnitt nur im Nachsatz zum Brief, also gleichsam als Fußnote erwähnt, zeigt, wie wenig Gewicht er beidem beigemessen sehen wollte. Doch andererseits, er berichtete Engels von der Verwandlung seines Äußeren, obwohl er den Freund erst in einem halben Jahr wiedersehen würde, es also vorläufig gar keine Notwendigkeit gab, das vorgeblich unwichtige Thema anzuschneiden. Und er greift bei der Erwähnung seines Haaropfers, auch wenn er das durch Ironie zu mildern, versucht zu begriffen von hohem religiösen Pathos. Der Barbierbesuch scheint für ihn doch bedeutungsvoller gewesen zu sein, als er bewusst oder unbewusst den Anschein erwecken wollte. Wie sehr er ihn verändert haben dürfte, deutet ein mutmaßlich gefälschtes Foto an, das er angeblich nach der Rasur machen ließ. Bis heute ist Marx ohne Bart unvorstellbar für Menschen, die einen täglichen Umgang mit ihm gewohnt waren, dürfte das umso mehr gegolten haben. Das macht die Frage, weshalb er sein Aussehen so einschneidend veränderte, nur noch dringlicher. Spätestens nach seinem aufsehenerregenden Nachruf auf die Pariser Kommune 1871 war Marx markanter Kopf zu einem international bekannten Markenzeichen geworden. In der Tradition der vollbärtigen Rebellen des 19. Jahrhunderts signalisierte sein Bart nicht nur Widerspruchsgeist und den Willen zur Revolte, sondern daneben auch all die anderen Attribute, die mit derart voluminösen Bärten unterschwellig immer schon verbunden wurden. Weisheit, Ehre, Mannes, Kraft, Erfahrung, Macht. Und Marx fügte dieser Eigenschaftspalette noch einen bezeichnenden Aspekt hinzu. Wenn er in dem Brief an Engels schreibt, er habe sich seinen Propheten Bart stutzen lassen. Es gibt insgesamt 15 verschiedene Aufnahmen von Marx. Sie entstanden zwischen 1861 und 1882. Aus dem Zeitraum davor existieren nur Zeichnungen. Bis Mitte der 1860er Jahre war sein Bart noch teilweise schwarz und verdeckte den Hemdkragen, danach grau und zwei Fingerbreit länger. Selbst auf dem Gruppenfoto, das 1864 gemeinsam mit seinen Töchtern und Engels im Freien aufgenommen wurde, erlaubte er sich kein Lächeln, sondern wirkt gefasst, in sich gekehrt und seltsam abwesend. Man kann darin, wie der Historiker und Marx Forscher Jürgen Harris schreibt, ein Indiz sehen dafür, wie bewusst Friedrich Engels und Marx selbst die Fotografien eingesetzt haben. Offenbar wollte Marx nicht eine Vielfalt unterschiedlicher Bilder von sich in Umlauf bringen, sondern strebte nach dem repräsentativen, leicht wiedererkennbaren, für die Öffentlichkeit gültigen Porträt. Das Foto, das Eduterte in Aga Supérieure von ihm aufnahm, ist anders. Es zeigt Marx mit lächelndem, leicht ironischem Blick, der dem Bild alle Feierlichkeit nimmt, die Würde des Dargestellten aber nicht verletzt. Marx wirkt darauf wie ein selbstbewusster, aber gütiger Großvater, nicht wie ein Denker, der mit grundstürzenden Theorien die Welt verändern will. Es ist ein Bild, auf dem sogar mehr noch als auf dem Gruppenfoto mit Engels und Töchtern etwas vom privaten Marx zum Vorschein kommt. Es zeigt ihn als Mensch, nicht als Monument. Nach seiner Rückkehr hält Marx es nicht lange im Londoner Klima aus. Seine Hauptsorge gilt jetzt nicht mehr der eigenen Gesundheit, sondern der seiner Tochter Jenny. Im Frühsommer war bei ihr ein Blasenleiden, diagnostiziert worden, das sich schließlich als rapide fortschreitender Blasenkrebs herausstellte. Zunächst versuchte sie, die Krankheit noch vor ihrem Vater zu verbergen, aber als sie immer hinfälliger wird, bleibt der Familie nichts anderes übrig, als Marx in den Ernst der Tatsachen einzuweilen. Nachdem er Anfang Januar erfuhr Jenny's Zustand sei kritisch, schreibt ein Engels, es ist merkwürdig, wie alle Nerven Aufregung mir jetzt gleich an den Hals packt. Wieder besseres Wissen klammert sich seine Hoffnung an einen Brief von Paul Lafargue aus Paris, der die Lage beschönigt. Nur drei Tage später muss Eleanor ihm die Mitteilung vom Tod Jennys überbringen. Die Nachricht erschüttert ihn, erinnerte sich Eleanor, als habe sie ihm sein Todesurteil verkündet. Marx geistige und körperliche Energien sind erschöpft. Sein Husten, die Bronchitis, der Rachenkatar, fortgesetzte Schlaflosigkeit und immer heftigere Schmerzen beim Schlucken setzen ihm zu. Außerdem diagnostizieren die Ärzte noch ein Lungengeschwür. Schließlich nimmt Marx nur noch Milch zu sich, die er mit Rum oder Brandy mischt. Seine Kräfte schwinden. Engels besucht ihn nun jeden Tag. Als er am 14. März 1883 bei Marx eintrifft, öffnet ihm die Haushälterin Lenchen Demut aufgelöst. Die Tür findet das Haus in Tränen vor. Drei Tage später, am 17. März, wurde er auf dem Friedhof in Highgate im Norden Londons in dem Grab beerdigt, in dem 15 Monate zuvor seine Frau Jenny bestattet worden war. Es waren nur zwölf Trauergäste anwesend. In In seiner Totenrede sagte Engels, sein Freund sei der bestgehasste und bestverleumdete Mann seiner Zeit gewesen. Doch gestorben sei er verehrt, geliebt, betrauert von Millionen revolutionärer Mitarbeiter, die von den sibirischen Bergwerken an über ganz Europa und Amerika bis Kalifornien hin wohnen. Damit endet der Themenabend Marx aus Frankreich. In der dritten Stunde dieser langen Nacht zum 200. Geburtstag von Karl Marx präsentierte Christian Brückner einen Auszug aus dem neuen Buch von Uwe Wittstock Karl Marx beim Barbier Leben und letzte Reise eines deutschen Revolutionärs das gerade im Blessing Verlag München erschienen ist. Ton und Technik Alexander Brennecke Regie und Redaktion Monika Künzel und Rita Höhne von Martin von Martin Künzel 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020